Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk. Es ist natürlich bitter, dass wir dreieinhalb, vier Monate mit diesen zwei negativen Ergebnissen leben müssen. Da gibt es viele Debatten. Ja, ich meine, Deutschland ist ein Debattenland. Das tut den Debattierenden dann wahrscheinlich auch gut. Dementsprechend soll es ja auch so sein. Wir müssen auf uns selbst schauen, jeder Einzelne auf sich selbst, wir als Mannschaft auf uns selbst. Weil ich glaube, jeder Einzelne muss sich klar werden, was er machen kann, um optimal vorbereitet zu sein und optimal Leistung zu bringen am Ende des Tages. Und das ist das, was zählt. Und wenn wir das irgendwie schaffen bis März über den Verein, dann kann es im März auch wieder besser werden. Aber einen anderen Weg gibt es nicht. Alles zum deutschen Nationalteam. Deutschland ist ein Debattenland und der Rasenfunk muss dann so eine Art Hauptquartier sein. Das kann ich anhand unserer Sendungslänge dann doch sagen. Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt gerade gehört Ilkay Gündogan, der nach dem 0-2 gegen Österreich sehr deutliche Worte gefunden hat. Am ZDF-Mikro, Boris Büchler war derjenige, der die Fragen gestellt hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer, glaube ich, heiß ersehnten Rasenfunk-Folge. Gab schon einige Nachfragen jetzt an diesem Mittwoch, an dem wir aufzeichnen. Offenbar emotionalisiert die Nationalmannschaft wieder. Vielleicht in die falsche Richtung. Das werden wir jetzt gleich mal besprechen. Wer ist denn in diesem Fall wir? Mein Name ist Max Jakob-Oss. Ich bin der Edgenetzer auf mastodunk.social und auf BluSky. Und ich begrüße hier die altbekannte Runde schon aus der letzten Sendung, als wir die Spiele gegen die USA und Mexiko analysiert haben. Zum einen Caro Kipper ist hier. Hallo Caro. Hallo, ich freue mich wieder da zu sein und in einer ganz anderen Stimmung als bei USA gegen Mexiko sitze ich hier heute. Ja, aber diesmal ein bisschen mehr Schlaf, das ist natürlich das Positive. Hattest du nicht damals das Mexiko-Spiel nachts noch geguckt als einzige von uns dreien? Wahrscheinlich, vermutlich. Kannst dich selber nicht mehr erinnern. Es ist sehr lange her. Und der dritte im Bunde ist Martin Rafid. Ihr kennt ihn von spielverlagerung.de. Ihr kennt ihn als Taktik-Experten. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo, hallo, hallo. Na, habt ihr beide richtig Lust jetzt, das Nationalteam auseinanderzunehmen? Martin, wie hast du die Debatten der letzten Stunden ja fast schon so ein bisschen verfolgt? Debatten verfolge ich immer ein bisschen weniger als andere vielleicht. Ich gucke mir ja lieber einfach die Spiele an und schalte dann wieder ab tendenziell. Ich fand jetzt gerade die Aussage von Güntergang, da habe ich auch gerade das erste Mal gehört, also das klang als sehr, sehr spezifisch, was er gesagt hat, das hat alles Gründe, was wir auf dem Platz machen. Und ich glaube, der Trainer weiß sehr gut, was die Gründe sind. Was war das denn? Wurde da nochmal nachgeforscht? Nee, tatsächlich nicht. Das war das Ende mehr oder weniger des Interviews. Das habe ich mich auch gefragt, also was er damit meinen könnte. Also, weil man kann das extrem kritisch sehen, auch gegenüber Julian Nagelsmann. Man kann es aber auch kritisch gegenüber einzelnen Spielern sehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Caro, ob du dazu Gedanken hast? Naja, meine Gedanken sind, dass natürlich viel geändert wurde vom Türkei-Spiel auf sechs Positionen wurde irgendwie geändert. Und ja, irgendwie nach dem Türkei-Spiel haben wir dann noch versucht, so ein bisschen rumzudiskutieren, wie viel Sinn macht das, Harvard es hinten links zu stellen. Und jetzt nach dem Österreich-Spiel sind wir wo ganz anders. Da sind wir beim Lippenleser. Was hat Nagelsmann-Trab gesagt, dass er ein Foul, nicht ein Foul, sondern eine Verletzung vortäuschen soll, damit... Moment mal, dafür hat man einen Lippenleser engagiert? Nee, kein Lippenleser. Das ist doch der älteste Move der Fußballgeschichte. Der Torhüter beim Abstoß, ah, ich habe es im Oberschenkel, wir müssen kurz taktisch umstellen. Hä, ist doch eindeutig, dass das fängt. Er ist, ich glaube, kein spezifischer Lippenleser, aber irgendjemand hat von den Lippen von Nagelsmann abgelesen. Und ja, ich freue mich, ich freue mich darauf, mich mit euch hier an den kleinen, handfesten Sachen, die wir haben, langzuhangeln. Auch wenn es nur Andeutungen sind, dass der Trainer seine Gründe hat. Aber gut, ich finde es jetzt auch nicht so eine tiefe Aussage, weil ich traue schon Julian Nagelsmann so viel Verstand zu, dass er seine Gründe hat für das, was er auf dem Platz tut. Aber da schwingt natürlich was, so ein komischer Unterton schon mit bei Genoan. Vielleicht war es auch gar nicht beabsichtigt, aber ja. Ja, schwierig, schwierig. Also wir werden das alles gleich analysieren. Bevor wir aber damit starten, noch der Hinweis, diese Sendung, wie alle anderen Sendungen im Rasenfunk, die gibt es nur dank euch da draußen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Und wir finanzieren uns und die Gästehonorare, die wir zahlen für alle Sendungen. Allein über freiwillige Zahlungen von euch auf rasenfunk.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de Merch von uns kauft. Das ist jetzt angesichts von Weihnachten ja vielleicht auch eine gute Möglichkeit, den Rasenfunk zu verschenken. kiosk.rasenfunk.de Ich werde alles in den Show Notes verlinken. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns schon unterstützt haben und damit auch diese Sendung hier möglich gemacht haben. Aber dann wollen wir mal reingehen. Wir haben zwei Spiele gesehen gegen die Türkei in Berlin, 2 zu 3 verloren. Gegen Österreich in Wien mit 0 zu 2 verloren. Und Martin eben einen sehr einhelligen Tenor danach. Und der war im Grunde so, wie es Ilkay Gündogan gesagt hat. Das war einfach schlecht. Es wurde schon die Frage gestellt, ob das jetzt noch ein tieferer Tiefpunkt als die Velmin Cutter war. Ich glaube, das sind ehrlich gesagt dann wiederum Debatten, die einfach zu nichts führen. Weil was würde uns jetzt diese Erkenntnis bringen? Aber meine erste Frage wäre deshalb erstmal an dich, weil ich ja weiß, dass du auch immer sehr taktisch auf alles blickst. Bist du denn auch in so einer Krisenstimmung wie scheinbar ansonsten alle um uns außen herum? Ich glaube nicht, weil ich das ein bisschen, so eine Art von Leistung bei der Mannschaft, die wir haben, ein bisschen vorhersehbar finde in einem Freundschaftsspiel. Ich glaube, es ist gerade eine Situation, weil es keine Pflichtspiele gibt so richtig. Das hat Michael Gregoritsch interessanterweise gesagt. Er hat gesagt, boah, das ist echt schwierig für die Deutschen, die haben halt nur Testspiele aktuell. Ja, klar. Und das ist halt früher, wenn Testspiele waren, war man immer sehr schnell dabei, dass man gesagt hat, naja, war halt ein Testspiel. Natürlich haben die ein bisschen da rumgegammelt und jetzt ist es halt so, dass man irgendeinen Gradmesser braucht. Gerade jetzt beim neuen Trainer guckt man besonders dolle drauf und es fühlt sich so an, als würde man schon irgendwie ein EM-K.O.-Spiel anschauen von der Bedeutung des Spiels her. Aber eigentlich ist die Bedeutung null und die Spieler kommen aus einem engen Terminkalender und so und es ist irgendwo menschlich auch, dass die dann in solchen Spielen sich nicht auf die gleiche Weise motivieren können. Und ich meine, das ist ja nur echt kein Geheimnis, wenn man eine Saisonvorbereitung geguckt hat. Da sind halt die Leistungen immer anders. Das ist halt mit der eigentlichen Wettbewerbsfähigkeit, hat das immer relativ wenig zu tun. Deswegen, und dazu kommt noch, das ist ein Faktor, und dazu kommt noch, dass ich eben sowieso davon ausgehe, dass diese Mannschaft einfach nicht mehr in absehbarer Zeit, also kurz- und mittelfristig, keine stabile Mannschaft sein wird. Also keine Mannschaft, die stabil zu Null spielt, die eine gute Defensive hat, die immer Spielkontrolle hat, sondern es wird eine Mannschaft sein, die darüber kommt, dass sie immer nach vorne was machen kann. Und deswegen ist so ein Spiel wie gegen die Türkei, wo man 3-2 mit einem fragwürdigen Elfmeter und ein bisschen komischen Szenen irgendwie verliert, ist da, glaube ich, relativ normal. Und gegen Österreich hat man eben auch eine ganze Halbzeit zu Zehnt gespielt. Deswegen fällt es für mich auch, also zumindest die zweite Halbzeit fällt eh für mich aus der Wertung. Und die erste Halbzeit war auch, wie man es gegen eine gute österreichische Mannschaft erwarten muss, auch eigentlich relativ erwartungsgemäß. Deswegen ist es, das ist natürlich ein bisschen Einstimme in die Krisenstimmung, wenn ich sage, das muss man eigentlich so erwarten, dass die Mannschaft so spielt. Wenn man dann aber auch noch drauf rechnet, dass es eben Freundschaftsspiele waren. Ja, gut, aber andererseits muss ich auch sagen, ich fand schon auch den ersten Punkt, den du gesagt hast, auch durchaus diskutabel. Also ja, natürlich sind es Testspiele und vielleicht ist das dann was anderes, als eben im Wettkampf anzutreten. Aber auf der anderen Seite hast du eine Situation, in der das deutsche Männernationalteam seit der WM 2018 Grütze spielt. Man kann vielleicht sogar noch weiter zurückgehen, wenn man möchte. Man hat nur Enttäuschung nach Enttäuschung nach Enttäuschung. Also welche Motivation bräuchte es denn noch, auch in einem Testspiel, dann entsprechende Motivation oder, ja, Motivation. Ich will eigentlich gar nicht den Spielern die Motivation absprechen, aber also eigentlich, also die müssen ein Testspiel spielen können wie ein Wettkampffspiel. Sorry. Also gerade in dieser Situation, wenn du weißt, das ist jetzt das letzte Spiel bis März. Bin ich da zu hart, Caro? Für mich ist das mit den Testspielen auch ein großer Punkt. Ich finde, man hat schon den Österreichern angemerkt, die kommen aus einer sehr guten EM-Quali. Sie haben nur gegen Belgien verloren, gegen Schweden zwei gute Spiele gehabt, sind total eingespielt. Also es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich eine Mannschaft gegen ein sehr gut funktionierendes RB-System habe abkrebsen sehen. Es war jetzt halt nur die deutsche Nationalmannschaft in dem Fall. Und bei mir ist es, mein Eindruck ist weniger, dass es ja zu wenig Motivation da ist, sondern eher zu viel Stress, zu viel Druck. Auch immer wieder dieses Euphorie-Entfachen. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt eine gute Performance abliefern. Und also, ja, dass einige Spieler, genannt Sané, unter starkem Stress stehen, ich glaube, das ist kein Rumgestochere von mir, weil das sieht man ja ganz klar auf dem Platz, sodass da eine zu große, also dass da irgendeine Reaktion ausgelöst wird von zu viel Stress, von zu viel Druck, von zu viel Diskussion über irgendwelche Euphorien, die entfacht werden sollen und so. Und dass da einfach, ja, Wille ist, glaube ich, schon da, aber irgendwie die Mittel fehlen. Es ist ein sehr ehrgeiziger Bundestrainer, der sicherlich viele Ideen hat, der sich da beweisen will, der eine gute EM spielen will, was wir auch beim letzten Mal gesagt haben, Nagelsmann hätte diesen Job nicht angenommen, wenn er nicht einen Plan hätte. Und vielleicht ist aktuell einfach dieser Plan pure Überforderung für die, die auf dem Platz stehen. Ich habe auch den Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr das teilt, es ist irgendwie ein bisschen egal, wer auf dem Platz steht. Also egal, ob da jetzt ein Sané steht, der in der Bundesliga bei den Bayern aktuell der Spieler überhaupt ist, oder ein Robert Andrich, ohne jetzt Andrich irgendwie kleinreden zu wollen. So irgendwie den Qualitätsunterschied, den ja schon einige Spieler in der Nationalmannschaft haben, sehe ich aktuell nicht. Also vielleicht seht ihr, guckt, seht ihr das mehr, aber... Also ich fand schon, dass es ein großer Unterschied war, zum Beispiel zwischen Sané und Wirz. Also ich fand, Wirz hat so gespielt, wie man es erwarten muss, war absolut eigentlich alles top, was er gemacht hat. Und Sané hat gespielt wie jemand, der ganz andere Probleme gerade mit sich rumträgt als Fußball. Also ich fand, das hat sich weit vor der roten Karte schon abgezeichnet. Der hat in den ersten zwei Minuten gegen die Türkei drei Fehler gemacht, der Offensiv. So, und dann hat er auch, also das war durch die Bank, über die gesamten 150 Minuten, die er gespielt hat, hatte ich bei ihm das Gefühl, dass irgendwie irgendwas stimmt da gerade nicht. So, das hatte man ja, hatte man bei ihm ja auch schon mal in der Nationalmannschaft, das war 2018, ne? Genau, da war er mit beim Turnier und hat so ein ganz, ganz katastrophales Turnier gespielt, wo Nagelsmann danach ihn im Klub erstmal wieder aufrichten musste. Ne, war das, da war doch Nagelsmann noch gar nicht da. Ne, das kann nicht Nagelsmann gewesen sein. War das Flick? Das müsste dann noch Guardiola gewesen sein. Vielleicht hast du gerade Guardiola und Nagelsmann verwechselt, das passiert Nagelsmann auch immer wieder. Das könnte sogar, ne, da war Guardiola auch schon, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hatte er ein Turnier, wo er ganz katastrophal gespielt hat und dann erstmal bei Bayern wieder ein bisschen reinkommen musste über einen Zeitraum. Und die beiden Spiele sahen da für mich ein bisschen, habe mich ein bisschen daran erinnert. Aber das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Also Österreich-Spiel würde ich voll mitgehen, da war Sané nicht gut. Und diese rote Karte absolut verdient. Auch das im Vene da, also im Nachhinein hat ja da Nagelsmann auch gesagt, ja, im Vene nimmt das Bein hoch, hat er auch, stimmt. Aber erst tritt er eben ohne Chance auf den Ball in die Füße und dann läuft er mit den Stollen über seinen Überschenkel, Oberschenkel drüber. Also das war definitiv rot und es ist auch in Ordnung, dass im Vene da sagt, ey, tut, was geht hier? Warum machst du das in einem Testspiel? Also da würde ich mitgehen. Übrigens hat er in der Ende der ersten Halbzeit, hat er einen Ballverlust, einen relativ blöden auch, wo er dann auch so hypermotiviert hinterherstößt und jemanden voll umhaut, wo ich dachte, das ist das jetzt? Also ich habe es nicht live gesehen, sondern ich habe nachgeschaut und dachte, ist das jetzt schon die rote Karte? Ja, das war kein einmaliges Ereignis auch. Genau, also aber um den Punkt kurz fertig zu machen, also Österreich, schlechte Leistung Sané, gehe ich voll mit. Beim Türkei-Spiel, muss ich sagen, fand ich eigentlich, dass Sané die Dinge gemacht hat, die man von ihm sich erhofft, offensiv, defensiv, ganz anderes Thema. Für mich das größte Problem, die rechte Seite, Henrichs und Sané, das hat überhaupt nicht funktioniert. Da sind wir vielleicht auch beim Thema Ideen, die nicht funktionieren, aber lasst noch kurz bei der Offensive bleiben. Ich finde, er hat gute Steckpässe gespielt, er hat die richtigen Dribblings angezogen, er hat die richtigen Laufwege auch gemacht. Einmal vergibt er die Großchance aufs 2 zu 0, einmal kommt der Pass nicht in seine Richtung. Das wäre Konter zum 2 zu 2 gewesen, wenn der Pass auf ihn rausgekommen wäre. Das war einfach eine schlechte Entscheidung vom ballführenden Spieler. In dem Fall war das, glaube ich, sogar Wirtz, hat das Abspiel verpasst. Aber ich muss sagen, also gegen die Türkei, fand ich, Leroy Sané hat ein gutes Spiel gemacht und hat eigentlich offensiv das gezeigt, was man sich von ihm erhoffen kann, was man ja eigentlich auch bei Bayern gerade sieht. Eine ganz andere Nummer ist für mich alles, was mit der Defensive zu tun hat. Das hat einfach in beiden Spielen überhaupt nicht geklappt. Und da würde ich auch sagen, ist das, was Julian Nagelsmann sich überlegt hat. Also wir können ja festhalten, 3-2-4-1 im eigenen Ballbesitz. Das hatten wir jetzt über alle Spiele hinweg und die Einzige, was variiert hat, war quasi die Besetzung der Außen. Und gegen die Türkei war das eben Havertz links und Sané rechts. Und gegen den Ball war das mal ein 5-3-2, mal ein 4-4-2. Aber der entscheidende Punkt war immer, wo steht Sané? Okay, und da hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, Martin, ob du diesen Eindruck teilst, dass die Abstimmung mit Henrichs entweder nicht gestimmt hat, dass sie sich manchmal uneinig waren oder dass der Plan schlecht war. Weil ich kann auch verstehen, dass man auf Cardioglu rausschiebt, weil der eben, also hat man ja beim Tor unter anderem gesehen, wie offensiv stark der auch ist, den willst du vielleicht auch pinnen. Aber die rechte Seite war ein Riesenproblem, sind auch beide Tore da drüber gefallen, zum 1-1 und zum 1-2. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, oder? Ja, genau. Also das war ein Element, dass er auch, also dass da auch ein paar Situationen war, wo er sich im Zweikampfverhalten auch einfach sehr lasch verhalten hat. Also Cardioglu hat das 1 gegen 1 gegen Sané in dem Spiel komplett für sich entschieden, was eigentlich nicht sein sollte. Und ja, beim, das 1, das erste Tor, das ist noch so ein bisschen Abstimmungsproblemsache, weil Henrich vorschiebt, Sané nicht richtig mitgeht. Das Ding ist, dass Sané schon eigentlich, es wurde viel über Havertz als Außenverteidiger geredet, es wurde mal wieder nicht drüber geredet, weil das natürlich den Leuten dann nicht auffällt, dass Sané auch einen Außenverteidiger eigentlich gespielt hat in der Defensive. Was dann, was gegen Österreich auch wieder der Fall war, wo dann Brandt in diese Rolle gegangen ist, weil man eigentlich defensiv auch mit einer Dreierkette verteidigt hat, fast durchgehend, im Angriffspressing nicht so. Aber in der eigenen Hälfte zumindest war es eigentlich durchgängig ein 5-3-2 und im ersten Spiel gegen die Türkei war es noch so ein bisschen asymmetrisch angelegt, dass Sané zumindest ein bisschen höher gestartet ist als Havertz, ist dann aber sehr mannorientiert mit Cardioglu mit und immer wieder nach hinten rein, hat hinten reinfallen müssen. Und beim Tor lässt er ihn dann halt einfach weglaufen, also macht dann diese Aufgabe, die er hat, dann einfach nicht in der Konsequenz, die notwendig ist, was immer so ein bisschen Risiko ist, wenn man den Offensivspieler mit so einer Aufgabe vertraut, aber andererseits auf dem Niveau, finde ich, müsste das eigentlich auch klar sein, dass das dann, wenn dann seine Aufgabe das ist, dann ist das auch deine Aufgabe. Ja, ein bisschen schon problematische Baustelle, weil im Grunde hat er damit auch wieder erreicht, dass er sich im Grunde auf eine offensivere Position gestreikt hat mit seinem Defensivverhalten. Also das magst du, dass man dann sagt, okay, dann können wir Sané nicht da hinstellen, dann stellen wir da Brandt hin und tun Sané eins vorne. Im zweiten Spiel muss er dann im Pressing die ganze Zeit einfach nur in der ersten Linie vorne anlaufen. Und was natürlich ein bisschen die dankbarere Aufgabe ist, als jetzt die ganze Zeit hinten in die letzte Linie mit dem gegnerischen Außenverseidiger mitzulaufen. Ja, alles auch eine Domino-Diskussion daraus, dass wir keine Außenverteidiger haben. Ja, spannend, dass du das so sagst. Bei dem 1-1 wäre so mein erster Impuls gewesen, dass Henrichs da, der zu weit aufgerückt ist und da dieses Riesenloch reißt. Das hat auch Nagelsmann später gesagt. Nagelsmann hat gesagt, wir waren zu aktiv in der letzten Kette und da vermute ich, dass er Henrichs meint. Also Henrichs rückt raus. Warum rückt Henrichs raus? Weil Kimmich offensivster Spieler ist gegen den Ball in dieser Situation. Also Kimmich hat seine Position verlassen, Henrichs hat dann den Spieler von Kimmich übernommen und deswegen war hinter ihm die Lücke. Ja, aber das ist beides Domino-Effekt davon, dass Sané Mannorinthil gegen den AV spielt und irgendjemand den IV anlaufen muss und dadurch ist es dann zentrumfrei. Also eigentlich ist das eine Variante, die man spielen kann. Ansonsten, wenn du das nicht so spielen willst, dann muss Sané nach vorne verteidigen auf den Innenverteidiger, der das Spiel aufbaut. Also nicht normales Verhalten in der Konstellation. Weil Sané hat ja keine Funktion. In dem Moment, er macht die Mitte nicht zu, er macht nicht nach vorne Druck, sondern er geht mit dem AV mit und dann geht er doch nicht mehr mit dem AV mit. Das heißt, er verteidigt nichts in dem Moment. Und die anderen beiden verteidigen was. Und wenn du drei gegen drei spielst und zwei verteidigen was und einer verteidigt nichts, dann ist für mich der Schuld, der nichts verteidigt. Und Kimmich soll aber so weit rausschieben auf den gegnerischen Innenverteidiger? Kann man so spielen, kann sein. Im 5-3-2 kann es passieren, dass man das macht. Könnte natürlich auch der Stürmer machen, den Lauf weg, aber na, passiert schon mal, dass man das so spielt. Henrik hätte trotzdem nicht rausschieben müssen, abgesehen davon. Also der war sowieso nicht anspielbar so richtig, der Spieler, auf den er rausschiebt. Kann man aber auch so spielen. Das ist halt, das meinte ich eingangs, dass es natürlich auch Eingespieltheit ist, weil du in dem Moment, es könnte auch Sané irgendwie reinschieben, enger stehen und dann verteidigt Henrik es nach außen. Und du kannst natürlich auch einfach so spielen, dass Kimmich zurückbleibt und Sané nach vorne verteidigt. Aber ja, das ist halt so ein typisches, das ist die Standard-Abstimmungsproblematik im tieferen Verteidigen. So wenn einer von denen breit nach vorne schiebt und wir müssen einen anlaufen, wir haben einen zwischen den Linien und wir haben noch vielleicht einen tief, so wie verteilen wir die Aufgaben? Und du kannst immer das Dreieck nach vorne schieben oder das Dreieck nach hinten schieben und in dem Moment haben wir das Dreieck quasi von außen nach hinten geschoben. Und eine Spitze ist aber nicht mitgegangen. Also die Türkei hat ihr Dreieck verschoben, aber in Deutschland blieb das Dreieck die Spitze stehen. Also Sané blieb stehen. Aber Caro, ich habe dich ja gerade ganz über abgegrätscht. Vielleicht hätte das auch mal jemand machen sollen. Aber du warst ja eigentlich gerade beim 1 zu 1. Was wolltest du denn eigentlich sagen? Sorry. Ich bin jetzt vom 1 zu 1, wäre ich jetzt elegant zum 2 zu 1 übergegangen. Aber eigentlich hätte ich da dann auch direkt eigentlich die nächste Frage an Martin, weil ich habe das Gefühl, dass Henrichs da wieder nicht da stand, wo er hätte stehen müssen. Und es ist so eine Kombination dann wieder aus individuellen Versäumnissen und die altbekannten Abstimmungsprobleme. Aber ja, neben, dass ich den Eindruck hatte, dass Henrichs da am falschen Ort steht, ist es auch bitter, dass das Gegentor so kurz nach einem Abstoß von Trab fällt. Also da, ja, das ist so ein bisschen so eine Entwicklung, die sich da in der ersten Halbzeit angedeutet hat. Es wurde weniger angelaufen, es wurde weniger auf die zweiten Bälle gegangen, weniger aufgerückt. Es hat einfach sehr stark nachgelassen, das deutsche Spiel gegen die Türkei, während das Spiel der Türkei doch eher so auf dem aufsteigenden Ast war und da immer mehr Motivation war und man einfach das Gefühl hatte, die Türkei hat gerade richtig Bock, gegen Deutschland zu spielen und Deutschland will halt in die, gibt ein bisschen weniger mit Abnehmendem. Aber ja, ihr könnt auch gerne noch dazu sagen zum 2 zu 1, ob ihr der Meinung wart, ob ich hierzu, ob ich Henrichs, ob ich zu streng bin. Da habe ich drei Anmerkungen zu. Der erste zu Henrich. Also die Position ist erstmal richtig. Er muss da, wenn der Innenverteidiger, also wenn jemand im Innenverteidiger am Rücken läuft, muss der Außenverteidiger den übernehmen. Also er muss da erstmal reinschieben und muss auch Cardioglu breit freilassen. Dort verhält er sich dann allerdings nicht gut. Läuft gegen den Gegenspieler, fällt dann auf den Boden, muss erst wieder aufstehen. Wenn er ein bisschen souveräner ist im Verteidigen, bleibt er einfach auf den Bein, läuft nicht durch auf den Stürmer, weil der Ball kam dann nicht wirklich auf den Spieler, den er übernommen hat. Das hätte er einen Ticken eher erkennen können und dann kann er sich schneller umdrehen und ist schneller bei Cardioglu und hat eine bessere Position im Verteidigen. Also es war dann vom Verteidigungsverhalten dahinter nicht so richtig gut. Und dann aber auch systematisch ein bisschen eine Frage, soll dann Sané nicht in die letzte Linie mit rein, wenn er sowieso eigentlich mit Cardioglu mitgeht? Also jedes war es in dem Fall, aber auf der Position, wo er gerade beim 1 zu 1 Cardioglu gelaufen ist. Schönes Tor übrigens, sehr schönes Tor. Ja, mega geiles Tor. Aber halt wirklich die berechtigte Frage, die habe ich mir nämlich auch gestellt. Ich finde auch, also Hendricks, er geht mit, nicht mit Yildiz, mit der Elf, jetzt sehe ich hier gerade keine Nummern, ich bin gerade auf der falschen Seite, es tut mir leid. Die ist nach innen gezogen und dahinter ist eben Yildiz, läuft weg. Und es gibt eben keinerlei Hilfe, auch für Hendricks, der ja natürlich dann im Detail dann auch wieder Sachen falsch macht. Aber... Das ist aber normal auf der Ballfernseite. Also das Problem da eher, und das hatten wir ein paar Mal jetzt in den Spielen, das hatten wir dann auch wieder mit Gregoritsch gegen Österreich, dass wir den Verlagerungsball zulassen. Also wir machen nicht genug Druck, wir schieben nach vorne, wir schieben auf den Ball, wir spielen Pressing, machen dann nicht genug Druck und die kriegen den langen Diagonalball hin. Und dann muss es eigentlich zumindest, normalerweise muss der zumindest so breit kommen, dass du den dann, dass du da ein bisschen Zeit gewinnen kannst, bis die Kette wieder nachschieben kann, bis die Unterstützung kommt. Und in den Fällen war es jeweils so, dass, ach Quatsch, Gregoritsch auf Sabitzer, dass Sabitzer dann einmal reinzieht, abschließt und, wie heißt er, junger Mann, Yildiz? Yildiz, genau. Auch dann einfach mit zwei Kontakten direkt zum Abschluss kommt. Wobei man auch sagen muss, der Winkel war natürlich auch ein bisschen scheiße und das war einfach ein extrem guter Schuss. Ja, geiles Tor. Henrich dann sogar halbwegs wieder abgeschnitten von der Mitte. Aber das ist normales Verteidigungsverhalten, dass man auf der Ballfernseite jemanden freilässt. Aber in beiden Fällen war zu wenig Druck auf den Ball. Das waren beide Situationen, wo der Ball verloren geht. Einmal aus dem Ballbesitz, einmal aus einer Balleroberung gegen Sabitzer. Das war eine Angriffspressing-Situation. Da hatte man im Pressing den Ball erobert. Rüdiger hatte den Ball, köpft ihn irgendwo hin, er geht wieder verloren. Und dann ist der Impuls auf den zweiten Ball in beiden Fällen entweder gar nicht da oder zumindest nicht intensiv genug da. Also gegen Österreich geht, glaube ich, Havertz dann kurz rein, aber auch so halbherzig. Und der Gegner kann sich relativ einfach wegdrehen. Gegen die Türkei kommt Eihahn an den Ball. Und es kommt gar kein Druck von Dani. Furtz läuft ihn an, aber nicht im ersten Impuls, sondern erst als Eihahn schon den Ball kontrolliert hat, ein bisschen nach außen läuft. Also erst mal konsolidieren. Also ich finde, das ist halt so was, diese fehlende Intensität in diesen Impulsverteidigungsmomenten sozusagen, wo man einfach, okay, der Ball ist jetzt vor mir, ich gehe da drauf. So, das fehlt zu häufig oder ist zu häufig in zu niedriger Intensität. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum sich das Spiel der Mannschaft so lasch anfühlt und als wäre es so einfach, gegen die Mannschaft ein Tor zu erzielen. Weil sie machen schon viele Sachen auch gut. Also Pressing war okay und so. Aber dann immer hier mal so kleine Defensivschwächen und dann dieser fehlende erste Impuls in diesen Umschaltmomenten. Naja, also über das Pressing, da möchte ich dann später noch was zu sagen. Aber jetzt lass uns mal bei diesen Impulsen bleiben. Weil Caro, das ist ja auch das, was Julian Nagelsmann sagt. Er sagt, und er hat das sowohl beim ZDF gesagt, als auch dann später in der Pressekonferenz, also es scheint ihm wichtig zu sein, die Botschaft, wir sind einfach keine Mannschaft, die immer gut verteidigen kann, gerade in solchen Situationen. Er hat dann auch gesagt, die Spieler, die ich habe, die spielen bei so guten Teams, die sind das manchmal auch gar nicht gewöhnt, dann eben so auf zweite Bälle und so weiter zu gehen. Deswegen müssen wir uns auf unsere Stärke konzentrieren. Wir müssen eben durch Ballbesitz den Gegner quasi vom Ball weghalten und wir müssen eben versuchen, dass wir nicht so oft in so viele Verteidigungsaktionen hintereinander kommen, denn das können wir einfach nicht. Würdest du denn da mitgehen mit dieser Analyse, dass deutsche Spieler das, also die, die da jetzt auf dem Feld standen, dass die das einfach nicht können und deswegen muss man auch anders spielen? Das kann ja sein, aber was die Spieler auf jeden Fall können, ist 90 Minuten intensives Spiel abzuliefern, sollten sie können. Und dir das, was Martin sagt, weniger Richtung Zorz ziehen, weniger diese ersten Impulse. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man das nicht kann, sondern das hat was damit zu tun, dass man es nicht macht. Für mich ist es nachlässig und ja, also das kann ja sein, aber trotzdem kann man ein intensives Spiel abliefern. Ja, vor allem, es sind so Einzelaktionen, oder? Also es ist doch kein gemeinschaftliches Verteidigen. Also zu dem Fakt noch mit dazu, dass auch wenn du die Verlagerung mal zulässt, du trotzdem einen tiefen Ball hinter die Kette der Theorie nach auch verteidigen kannst. Das wissen wir nicht mehr, weil geführt die deutsche Abwehr pro Spiel, ja, also das ist ja dramatisch. Also das sind ja nicht nur irgendwie schnell ausgeführte Freistöße, wo dann Gregoritsch, glaube ich, auch komplett alleine vor Trab steht, sondern das sind eben Verlagerungen, das sind tiefe Pässe wie gegen Mexiko, die das ganz bewusst immer auf den Flügel attackiert haben. Aber ständig läuft die komplette deutsche Abwehr mit Gesicht aufs eigene Tor. Keiner von denen hat die Tiefe abgesichert. Also das ginge ja der Theorie nach auch noch, selbst wenn du den Druck vorne nicht hinbekommst. Aber ich habe ein... Das ist so das Ding, wenn du relativ hoch stehst im Feld und dann kriegst du keinen Druck auf den Ball, dann musst du entweder so weit zurückfallen, dass man total einfach zwischen die Linien spielen kann oder du stehst hoch und musst dann, wenn der lange Ball kommt, den dann abläufen. Also das ist halt... Ja, aber sie machen ja irgendwie beides. Also manchmal stehen sie sehr hoch und werden überspielt. So war es gegen Mexiko, glaube ich, mehrmals. Gegen die USA hat man es auch gesehen und einmal gegen die Türkei. Oder so wie beim 0 zu 1 gegen Österreich, da standen sie ja eigentlich tief. Deswegen kann ja auch da Gregoritsch die Kopfballablage, die kommt ja gar nicht so gezielt auf Sabitzer, aber einfach weil da quasi 10 Meter Minimum sind, kann dann Sabitzer zum Ball hinlaufen, kann ihn sich schnappen und letztlich ist es dann wieder individualtaktisch. Da macht Haar einen großen Schritt, auf den Sabitzer die ganze Zeit nur gewartet hat, zack, schießt er ihm durch die Beine und dann geht es ja ins kurze Eck. Aber sie machen es ja nicht mal konsistent, Martin. Und das ist doch eigentlich das Problem. Also auch wenn du zum Beispiel, Pressing ist ja schon mal das nächste Thema. Also diese Versuche von Thomas Müller, der ja dann irgendwann eingewechselt wurde gegen Österreich. Und ja, ich weiß, in Unterzahl und so weiter. Aber Thomas Müller versucht dann, ein Pressing zu organisieren, wo man natürlich die Frage stellen kann, 10 gegen 11, ich verstehe den guten Willen dahinter, vielleicht aber nicht die gute Idee. Aber was auf jeden Fall festzuhalten ist, keiner hat mitgemacht. Oder mal so ein, also Napri hat mal so ein bisschen mitgezogen, weil er kennt ihn halt aus dem Verein und so weiter. Und er weiß, der nervt ansonsten, wenn man das nicht macht. Also jetzt, ja gut, das ist jetzt ein bisschen populistisch, aber ihr versteht, was ich meine. Also das Pressing ist doch auch nicht gut. Und das Pressing gegen die Türkei, da gab es gute Momente. Die ersten 20 Minuten war man auch im Gegenpressing, fand ich ganz gut. Auch deshalb hatte man da so viel Kontrolle, weil man auch nach Fehlpässen, die es auch da gab, den Ball sehr schnell wieder hatte. Aber ich finde auch, das Pressing ist gerade nicht mannschaftlich geschlossen. Und ich lande immer wieder dann bei Punkten, die eben mit individuellen Fehlern dann zwar begründet werden können, wenn irgendwas schief geht, die aber, glaube ich, den Kern schon da drin haben, dass mannschaftlich nicht geschlossen agiert wird oder gruppentaktisch, wie man ja dann eher formulieren würde. Ich glaube, nicht konstant. Also ich glaube, Angriffspressing, wenn man wirklich, wenn der Gegner Abstoß hat oder so, man läuft den hoch an, da ist schon eine relativ klare Idee erkennbar und da machen auch alle mit. Das war ja auch dieses Sabitzer Tor, da waren ja auch alle im Pressing. Da war ja Havertz ganz weit vorne, da war Rüdiger ganz weit vorne, da haben alle hingeschoben. Und da geht es dann eher darum, dass man das dann auch gut weiterspielt. Wenn du dann wieder den Ball verlierst, dann musst du nochmal nachsetzen, musst nochmal in den Zweikampf. Da wird es dann ein bisschen schwieriger, als einfach nur dieses Drauflaufen und Ballerobern. Es ist leichter, als dann einfach nochmal umdrehen, nochmal in den Zweikampf, wieder zurücklaufen, nochmal in den Zweikampf. Das wird dann schwieriger und so. Da war dann eher das Problem. Aber im Mittelfeldpressing und teilweise auch aus dem, wenn man ein bisschen tiefer steht und dann die Idee hat, daraus wieder nach vorne zu kommen, da fehlt so ein bisschen die Geschlossenheit. Aber ich finde aber auch, dass die Mannschaft da relativ wie eine normale Nagelsmann-Mannschaft spielt. Der hat da immer so ein bisschen so Mannorientierungen drin, die mir nie so richtig gefallen haben, weil die häufig dazu führen, dass man so ein bisschen die Kontrolle über den Raum aufgibt und ein bisschen hinterherläuft und ein bisschen, also ich finde so, wenn Nagelsmann nach vorne verteidigen kann und der Gegner am Abwehrdrittel ist, dann ist das immer, Mannorientiertes Angriffspressing funktioniert eh immer ganz gut so, ist das relativ schwer auszuspielen. Ein bisschen anfällig für zweite Bälle, so, was dann ja auch das Gegentor war gegen Österreich. Aber wenn man das nicht kann, wenn der Gegner erstmal in die Ballzirkulation kommt und die Innenverteidiger erstmal frei sind, dann ist es viel so, dass die Flügel einigermaßen zu sind und dass man nichts frei lässt vom Gegner, aber man lässt normalerweise relativ viel Raum und macht nicht so wahnsinnig viel Druck auf den Ball. Und ja, das ist für mich auch so ein bisschen ein erwartungsgemäßes Defizit, finde ich, der Mannschaft, was, glaube ich, auch dem geschuldet ist, dass du es sehr simpel halten willst. Also das ist von der defensiven Ausrichtung, es ist immer so lose, wer übernimmt wen, in welcher Situation. Das ist relativ schnell geklärt, relativ leicht, klar und schnell umsetzbar, aber nicht ganz so top, wie wenn du sagst, wir bleiben kompakt, in dem Moment gehen wir da raus und dann schieben wir so nach und so. Also wenn du noch mehr Kompaktheit reinbringen wollen würdest, dann würde das halt noch länger dauern. Und ich glaube, Nagelsmanns Idee ist schon, dass du Defensive relativ simpel und schnell löst. Wir haben eine klare Idee fürs Angriffspressing, wir haben eine simple, klare Idee fürs Tiefere verteidigen und dann arbeiten wir an der Offensive. Und ich weiß nicht, ob das die allerbeste Idee ist, aber ich kann schon nachvollziehen, dass er sagt, dass das erstens zu der Mannschaft passt und natürlich zweitens, das ist, wie er immer gearbeitet hat als Trainer. Also, warum soll er plötzlich was anderes machen? Ja, aber die andererseits, also du sagst jetzt, es ist relativ simpel und das stimmt natürlich, weil es gibt eine klare Rollenzuteilung und so weiter, aber auf der anderen Seite muss dann Leroy Sané auf einmal in der Fünferkette spielen, was er nie macht. Kai Havertz muss in der Fünferkette spielen, was er nie macht. Und ich habe schon das Gefühl, dass das schon auch ein Teil des Problems ist. Also die einfachere Variante, mach halt einfach ein 4-2-3-1, so wie sie es alle tausend Mal in ihren Vereinen schon gespielt haben. Spreche ich natürlich vor allem von dem Bayern-Spiel an Kai Havertz, der kann auch ein bisschen was anderes auch spielen. Und stell die Leute klassisch auf ihre Position. Ich meine, ich will jetzt nicht diese Linksverteidiger-Havertz-Debatte aufmachen, die ich völlig überzogen fand, weil zum einen hat der defensiv sehr, sehr gute Aktionen mit dabei, muss man mal sagen. Und zum anderen war es ja eindeutig eine Dreierkette. Es war halt nur so asymmetrisch, weil es eben nicht immer 5 waren, weil Sané eben diese Sonderrolle hatte. Aber alle Tore sind ja auch anders gefallen. Und dann hatte halt das Pech, dass er den Strafstoß verursacht. Aber also, das war mir, aber ich habe eben das Gefühl, um den Punkt jetzt zu Ende zu bringen, sorry, ich beginne zu ramblen. Caro, ich habe das Gefühl, so wirklich einfach ist es nämlich gerade nicht. Und das war etwas, das habe ich vor drei Sendungen, glaube ich, gesagt, also vor drei Männer-Nationalmannschaftssendungen, dass der Trainer, der nach Flick kommt, allein dadurch glänzen wird, dass er alles einfacher machen würde. Dass er einfach sagt, so Leute, ihr spielt jetzt mal alle wieder auf euren Positionen. Gegen den Ball macht man 4-5-1, oder dann 4-4-2, tief, komm, Mittelfeldpressing, so wie ihr es aus der Bundesliga kennt. Entspannt euch, das wird schon alles. Und jetzt ist es meiner Meinung nach ein bisschen zu. Aber das hat Defensiv-Flick doch gemacht eigentlich, einfach 4-4-2. am Schluss hat er dann Kimmich als Rechtsverteidiger, der im Aufbau als Sechser gespielt hat, also das war ja dann gegen Japan ein absolutes Desaster. Ich fand schon, dass das, dass dann quasi so Ideen, Idee auf Idee aufgetürmt wurde, die alle in der Theorie gut waren, aber du kannst nicht spielen wie Manchester City mit diesem Team. Und das war halt quasi ein Manchester City-Ansatz, gerade mit Rechtsverteidiger, schieb vor auf einen Sechser. Aber Caro, also wie einfach kommt dir das dann vor, was da das Nationalteam spielt? Also einmal noch mal zu der Zuordnung in der letzten Kette. Einer, der wirklich überhaupt nicht hin und her gewechselt ist, ist Antonio Rüdiger. Der arme Mann musste 90 plus x Minuten einfach die ganze Zeit Michael Gregoritsch hinterherlaufen. Und dann zu der Sache mit, ja, wird es einfacher, weil es einfach ein klarer Fußball sein wird, klare Zuordnung, klare Rollen. Ja, ich glaube, dass du damit auf jeden Fall einen Punkt hast, weil es ist nicht die fußballerische Qualität der Spieler auf dem Platz. Es ist auch nicht die fachliche Kompetenz vom Trainer. Es kann irgendwas im Umfeld sein, im DFB, wo wir jetzt nur rumspekulieren können, aber es ist was, was irgendwie klar und zu erkennen ist, meiner Meinung nach, und wo man sich nicht so weit aus dem Fenster lehnt, ist, dass die Spieler auf dem Platz überfordert sind. Ob das jetzt nur an der Nationalmannschaft liegt und daran, dass sie nur Testspiele haben, nur Freundschaftsspiele, ohne die Spannung von einem Spiel, was wirklich was zählt oder ob es vielleicht auch der Kopf ist, gerade schon bei der Champions League beim nächsten Spieltag, was weiß ich, aber Fakt ist, dass man eine Überforderung auf dem Platz spürt, dass man auch das Gefühl hat, manche Spieler wollen nicht so richtig da sein, fühlen sich unwohl. Das klingt so komisch, aber Ja, frei und unbelastet aufspielen sie nicht. Also ich glaube, das kann man schon so sagen, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ja, es ist so ein irgendwie transportiertes alles, so ein Unwohlsein und auch so, ja. Ja, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass man, also natürlich ist das ein Prozess und es ist auch völlig klar, dass Julian Nagelsmann Dinge ausprobiert, aber gleichzeitig meine ich auch wieder Rückschritte zu erkennen. Also zum Beispiel, wir haben jetzt viel über Gegen den Ball gesprochen und viel über die letzte Kette, aber zum Beispiel, was macht Deutschland im Aufbau? Das war ja das Problem in der katastrophalen ersten Hälfte gegen Österreich. Also ja, zweite Hälfte in Unterzahl, vielleicht Muster ohne Wert. Gucken wir auf die erste Hälfte, es wird nicht so arg viel besser, denn sie spielen, sie lassen sich zu Tode pressen, ohne dass Österreich so krass gepresst hätte. Also das war ja auch eher mannorientiert und dann halt zugepackt, wenn der Ball in die entsprechende Zone kam, aber so Texburg-Rangnick eigentlich, also das kann ja niemand überrascht haben, wie die gespielt haben, vielleicht nur, dass sie so gut gespielt haben, aber das kann eigentlich auch niemand überrascht haben, wenn man ein bisschen was von ihrer Quali mitbekommen hat. Aber Deutschland lässt sich davon total verunsichern. Du hast vorhin gesagt, Martin, sehr, sehr viele Ballverluste schon sehr früh. Deutschland spielt extrem statisch, Deutschland spielt stehend in einen stehenden Block rein, also ganz, ganz wenig Bewegung und wenn ich das mal zum Beispiel vergleiche mit dem Spiel gegen die USA, ich glaube auch gegen Mexiko war es auch so, ich glaube USA war doch groß neben Gündogan, wo wir gesehen haben, die Sechser stehen eng beieinander, wir haben immer mal wieder diese Deserbi-Elemente mit drin gehabt, mit so kleinen, kurzen Pässen, wo die aufeinander abgelegt haben, das hat man jetzt gar nicht mehr gesehen, weder gegen die Türkei noch gegen Österreich und da würde ich sagen, im Aufbauspiel klarer Rückschritt diese beiden letzten Spiele, die wir jetzt gesehen haben und ich weiß, dass die Diskussion ein bisschen aufgeladen ist und vielleicht in manchen Zügen auch populistisch, Kimmich und Gündogan geht das zusammen und überhaupt die Rolle von Joshua Kimmich, aber ich kann mich in dem Fall nicht davon lösen zu sagen, also da hat auch ein Lösungsmuster, was schon da war, überhaupt nicht funktioniert, weil die beiden ausführenden Spieler das komplett anders gemacht haben. Ich würde das hundertprozentig auf die Gegner schieben und weil die einfach besseres Pressing gespielt haben und dass man nicht so ausspielen kann. Anders als die USA haben beide auf den Dreieraufbau mit jeweils dann drei Spielern immer drauf gepresst und das hat mich ein bisschen gewundert, dass man dann die ganze Zeit im Dreieraufbau geblieben ist, weil das führt normalerweise dazu, dass der Gegner so rausgezogen wird, dass er komplett eins gegen eins verteidigt und so irgendwie war die Idee, dass man dann dann an diesem eins gegen eins verteidigen direkt durchspielt. Also wir hatten immer wieder den Pass von zum Beispiel Henrichs direkt auf Brandt oder Henrichs direkt auf Sané oder so direkt aus der ersten Linie in die dritte Linie durchgespielt, was vielleicht dann die Idee ist, dass man den Gegner halt rauszieht, Raum schafft, schnell in diesen Raum reinkommt, aber dadurch kriegst du natürlich keine Ruhe rein, sondern du kriegst ein relativ schnelles und offenes und umkämpftes Spiel und in ein paar Situationen hat es auch einfach direkt gar nicht geklappt. Deswegen hat mich gewundert, dass man nicht auf einen Zweier- bzw. Vierer-Aufbau irgendwie gegangen ist dann gegen so einen Gegner und dann ist natürlich ein anderer Faktor, den wir jetzt noch nicht gesagt haben, ist natürlich, dass einfach normalerweise, wenn du mit Neuer oder Ter Stegen spielst, hast du natürlich ein ganz anderes Aufbauspiel gegen Angriffspreis hängen. Also dass wir ausgerechnet gegen Österreich dann keinen der beiden im Tor hatten, ist auch so ein bisschen reduziert für mich so ein bisschen die Aussagekraft dieses Spiels, weil einfach die beiden machen halt, wenn der Gegner hochpresst, wenn der Gegner hochpresst, ist der Torwart der wichtigste Spieler und Trapp hat gezeigt, dass er im Aufbauspiel mehr oder weniger nichts macht. Also eigentlich immer, wenn ein bisschen Druck war, dann zum langen Ball gegriffen und das ist halt natürlich völlig anders mit Neuer und Ter Stegen. Deswegen ist das für mich da eher der Knackpunkt und dann sind die Sechser gar nicht so relevant im Grunde. Also ich fand Kimmich unfassbar unauffällig, ich habe den selten so unauffällig gesehen, weil er aber eigentlich immer auch die ganze Zeit in enger Eins-gegen-eins-Deckung stand. Und da geht es eher darum, was die anderen Spieler dann machen. Und das war bei Groß halt nicht so. Also ich glaube, das ist eher dem Gegner geschuldet, der Eindruck. Deinem ersten Punkt würde ich ein bisschen widersprechen, was den Gegner betrifft. Ich bin nämlich der Meinung, wenn man im Ballbesitz so weit auseinander steht, dann überrascht mich auch kein Ballverlust im Spielaufbau. Warum? Das ist eine extrem anfällige Spielweise gewesen aus meiner Sicht im Spielaufbau. Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, weil das, glaube ich, einer der Hauptgründe ist, warum Angriffspressing so gut funktioniert. Weil das immer die intuitive Reaktion darauf ist, wenn der Gegner mich hoch anläuft, also der nimmt mir den Raum weg, ich versuche mehr Raum aufzumachen, ich gehe noch weiter hinter, ich gehe noch breiter, ich versuche irgendwo zu gucken, wo ist denn der Raum. Und der Gegner kommt aber immer wieder mit. Und am Ende hast du trotzdem nicht so richtig Raum und hast auf einmal so große Abstände, dass man sehr leicht zu pressen ist. Ich glaube, das ist ein Faktor, der, glaube ich, einfach auch selbst bei Top-Trainern immer noch unterschätzt wird. Also es gibt ja Ideen, wie man das dann ausspielt, dass man dann schnell eben durchspielt oder dass man über den Torwart auf eine Verlagerung kommt oder es gibt diverse Ansätze. Aber ich finde, der Knackpunkt ist, dass man mit diesen großen Abständen immer relativ leicht zu pressen ist. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum gegen Angriffspressing selbst gegen Mannschaften wie Manchester City sehr, sehr gut funktioniert. Also wer Manchester City zum Beispiel gegen Arsenal gesehen hat, wo sie verloren haben, wenn man die konsequent mit Angriffspressing bespielt, auch im Champions-League-Finale war das so, dann sehen die auch nicht so gut aus. Und dann läuft es im Endeffekt darauf hinaus, dass Ederson den Ball in Fuß kriegt in der richtigen Position und dass Ederson einen guten ersten Ball spielt. Viel mehr haben die dann auch nicht zur Verfügung. Deswegen ist das, finde ich das eine sehr, sehr gute Beobachtung. Allerdings im Kontext des aktuellen Spitzenfußballs eine absolute Normalität. Und was denkst du dann über die Besetzung der Doppel-Sechs? Ist das ein überbewertetes Thema? Beziehungsweise vielleicht hören wir an der Stelle mal rein, was Julian Nagesmann dazu gesagt hat. Marco Mader vom Sportinformationsdienst hat ihn auf der Pressekonferenz gefragt, wie eben die Aufteilung sein sollte, weil man hätte ja auch Worker, hat er es genannt, im Kader, also eben eher gegen den Ball orientierte Sechser, sage ich jetzt mal, physische Sechser. Und da hat Julian Nagesmann, finde ich, ganz interessant darauf geantwortet. Ich spiele es mal an und dann springen wir rein und greifen das auf. Bei so einer Erfindung, einer Aufstellung hast du ja extrem viele Themen, die du mit berücksichtigen musst. Ich finde, dass Leon heute sehr gut gearbeitet hat, hat gut gespielt, hat sich voll reingeworfen. Rob Andrich hat super gespielt, hat sich voll reingeworfen. Christian Brömel hat sich, das zeichnet genau ihn aus, der ist nur deswegen Profi geworden, hat sich im Training da super eingefügt. Pascal Groß ist eben Parademensch, also im Privaten weiß ich es nicht, aber gehe ich auch davon aus, aber als Spieler, wenn du mit ihm sprichst, seine Aussagen, wie er eine Mannschaft zieht, wie er Dinge wahrnimmt auf dem Feld. Ich habe selten einen Profi gesehen, der sich so unwichtig selbst nimmt und sich seiner Rolle gar nicht so bewusst ist, wie wichtig er eigentlich ist. Josch Kimmich ist natürlich einer, der sich voll reingeworfen. Der haben da schon ein paar. Am Ende ist das ja immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, das brennt natürlich unter den Nägeln, wenn du die ganzen Talente siehst, die wir haben. Und dann musst du manchmal vielleicht in die Faust beißen und sagen, okay, vielleicht mal ein Top-Talent weniger und vielleicht mal einen Worker mehr. Aber sicher jeder Trainer erst mal die Hoffnung, wenn du fünf Zauberer hast, okay, die wuppen dir das vielleicht. Und die wuppen es auch normal, wenn wir das Vertrauen haben, wenn wir in den letzten zwei Jahren mehr Spiele gewonnen hätten als verloren, dann würden die wuppen, dass es mehr wuppen gar nicht geht. Aber wir haben halt nicht so viele Spiele gewonnen. Vielleicht, aber das werden wir jetzt alles analysieren, müssen wir auf zwei Prozentpunkte Talent verzichten und zwei Prozentpunkte mehr Worker reintun. Aber das, wie gesagt, das werden wir uns jetzt alle Gedanken machen und dann hoffentlich auch die richtigen Schlüsse ziehen. Und ich bin nicht frustriert und auch nicht in der Opferrolle, sondern man hat mir gesagt, ich soll bei der BK immer ruhig antworten und deswegen antworte ich ruhig. Ich finde es immer sehr lustig, wenn ich zu laut bin, dann sagen alle, oh, der nimmt sich ernst. Wenn ich ruhig bin, sagen ich, ich bin schlecht drauf. Ich bin traurig, dass wir nicht gewonnen haben, aber nicht in der Opferrolle. So, also hinten raus wissen wir jetzt auch noch, wie es Julian Nagelsmann geht, aber der wesentliche Punkt war ja, Martin, wenn du so viele Zauberer im Team hast, dann juckt es dir in den Fingern, alle auf den Platz zu stellen und wenn die richtig gut drauf sind, dann wird das auch mega gut, dann wuppen die alles weg. Wuppiger gibt es gar nicht mehr. Du kannst quasi direkt nach Wuppertal alle schicken. Und jetzt muss er aber darüber nachdenken, vielleicht ein bisschen weniger Talent, ein bisschen mehr Worker auf der Position. Kann es sein, dass Julian Nagelsmann gerade das gelernt hat, was alle anderen Nationaltrainer vor ihm inklusive Interimstrainer auch schon lernen mussten auf die harte Tour? Ja, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil wenn man so viel Talent hat, will man es gerne miteinander spielen lassen. Also es ist ja so ein bisschen, Havertz auf Linksverteidiger ist halt, es kommt ihm eigentlich, um das Thema doch nochmal anzuschneiden, ist ja selbst offensiv, kommt ihm das nicht entgegen. Weil das ja kein Spieler ist, der das Spiel vor sich hat und dann Flanken schlägt oder mit Tempo zur Grundlinie geht oder so. Das ist ein Spieler, der unfassbar gut darin ist, mit Rücken zum Tor zu spielen. Wenn alles um ihn herum ist, der ist unfassbar gut mit Drehungen, mit Ablagen, alles Sachen, die er als Linksverteidiger gar nicht machen kann. Aber du hast halt neben Havertz in dieser Rolle, in dieser zentralen Rolle, für die Havertz gut ist, hast du auch noch Musiala, Wirz, Sané, Brand, mal mindestens und vielleicht noch eins, zwei und dann fragst du dich halt, naja gut, kann der vielleicht woanders diese Wahnsinnsqualität, die er hat, die kein anderer hat, auch irgendwie einbringen. Das ist so ein naheliegender erster Gedanke und wenn du das halt schaffst, also es ist ja leichter, es ist leichter, sieben Talenten laufen beizubringen, als sieben Läufern Dribblings beizubringen. Und deswegen ist das so ein naheliegender Gedanke, aber man merkt dann eben immer wieder, wenn es heart of heart kommt, sage ich mal, also es gibt diesen, das war eins meiner ersten großen Learnings als Fußballtrainer, war der Satz under pressure you become your habits, also unter Druck spielst du so, wie du gewöhnungsgemäß spielst. Und wenn du gewöhnungsgemäß mit Auge und feiner Klinge und so spielst, dann braucht es eine Weile, um dich umzugewöhnen, dass du im Zweifelsfall einfach mal vollgekannend in den Zweikampf reingehst. Und das hat uns eben auch jetzt in den Spiel wieder in entscheidenden Momenten so ein bisschen gefehlt. Havertz ist ein gutes Beispiel, weil der war genau derjenige, der in den Zweikampf gegangen ist, wo dann die Verlagerungen auf Salbe kam gegen Österreich. Da war er auf dem zweiten Ball und geht rein und ist dann aber so, hat er so Arm in die Luft und prallt so halb vor dem Gegenspieler ab und der Gegenspieler kann sich wegdrehen. und das Ding, wo du, wenn du da vielleicht einen David Raum hast oder einen Robin Gosens, der geht dann vielleicht, im Zweifel verfault er ihn. Also was übrigens auch ein Ding ist, dass wir jetzt, Kimmich hat in der 87. gegen Österreich eine gelbe gekriegt, das war in den zwei Spielen die einzige gelbe Karte für Deutschland. Ich glaube, die Türkei hat fünf gekriegt in einem Spiel. also eine zehnmal so hohe Quote wie Deutschland. Und das zeigt sich schon auch ein bisschen, also was die Türkei eigentlich gemacht hat, ist auch, sie haben eigentlich zu offensiv gespielt und Konter einfach mit Fouls kontrolliert. Was auch ein Element ist, was in der Mannschaft gar nicht vorhanden ist. Und wo ich jetzt nicht, ich bin normalerweise nicht derjenige, der sagt, ja, foult mal mehr und so und wir müssen mehr Fouls spielen oder mehr einfach mal Gegner umtreten. Aber es ist natürlich, ein Stück weit gibt es einen Rückschluss darüber, wie so mit welcher Risikobereitschaft und mit welcher Körperlichkeit Zweikämpfe geführt werden. Und ja, ich glaube schon, dass es da der Mannschaft gut tun würde, wenn zwei, drei mehr Spieler in Zweikämpfe grundsätzlich erst mal so reingehen würden wie Antonio Rüdiger. Ja, das ist das Problem. Sieht man ja auch so ein bisschen, wenn wir uns die Diskussion um die Doppel-Sechs angucken, Türkei, Deutschland, Türkei, hatten wir Gündogan und Kimmich, das ist eine Diskussion, die schon x-mal geführt wurde. Aber beide haben starke Offensivaktionen, jeder für sich. Aber was man immer wieder sieht, ist, der andere Part vergisst dann abzusichern und irgendwie bewegen sich beide trotzdem auf einer Höhe. So und ich denke mir dann immer, vielleicht ist das naiv, aber wie schwer kann das denn sein, da einfach den anderen mal abzusichern, so wenn der andere gerade eine Offensivaktion startet. Und dann haben wir gegen Österreich, kam dann Leon Goretzka rein anstatt Kimmich. Wie, was sagt ihr? Ich fand es interessant, dass Goretzka die tiefere Rolle gespielt hat eigentlich eher. Also vor allem defensiv hat er den Sechser gegeben, nicht den Achter. Was jetzt nicht die erste Idee gewesen wäre, die ich gehabt hätte. Naja, das ist, das war bemerkenswert, aber weiß ich nicht, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das eine allzu große Änderung war. Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass du halt immer, es ist immer sehr leicht zu sagen, wenn einem irgendeine Art von Qualität im Kader fehlt, ja, wir brauchen mehr von dieser Qualität. Aber in der Praxis sieht es ja auch dann immer so aus, dass du dann irgendwas anderes einbüßt. Und was ganz schnell, wenn wir jetzt auf einmal, wenn wir jetzt, sagen wir mal ganz blöd gesagt, wir lassen jetzt Havert, Sané und Kimmich draußen und spielen dafür Andrich Raum und wer ist ein körperlicher Rechtsverteidiger aus Deutschland, der hat keine Ruhe. Da haben wir jetzt natürlich ein Problem. Weiß ich nicht. Süle als Rechtsverteidiger. Sagen wir es so. Süle, Innenverteidiger und Henrichs einfach, weiß ich nicht. Dann hast du wahrscheinlich eine etwas bessere Grundstabilität und bist mehr in Zweikämpfen drinne und dann steht der Gegner auf einmal wieder ein bisschen tiefer und dann fragst du dich, wie machen wir jetzt ein Tor? Und dann sitzt Hitzesberger nach dem Ausscheiden wieder da und sagt, ja, wir können einfach keine tiefen Gegner bespielen. Also so, das ist ja immer ein Trade-off und es ist immer sehr leicht zu sagen, ja, wir bräuchten einfach jetzt noch drei, die irgendwie Bälle erobern. Ja, dann hast du halt 14 Spieler auf dem Platz. Deswegen sind ja eigentlich, und das muss man vielleicht auch mal sagen, Kimmich ist ja eigentlich ein sehr robuster Zweikämpfer. So, das ist eigentlich, das ist gerade, er ist ja auch deshalb so wertvoll, weil er beides mitbringt. Weil er im Zweikampf und in der Defensivarbeit und in der Laufarbeit und in spielerischen Elementen so gut ist. Wäre er nur spielerisch gut, dann hätte der nicht dieses Standing. und deshalb sollte man sich, glaube ich, gerade von so einem Spieler wie Kimmich dann beides mitbringen, nicht unbedingt trennen. Aber macht er nicht manchmal Räume auf, die er eigentlich schließen sollte? Also ich finde, ein bisschen der Kimmich-Diskussion ist ungerecht, auch wenn dann irgendwelche Statistiken geführt werden, wie Bayern jetzt ohne ihn gespielt hat und wie die Nationalelf ohne ihn gespielt hat und wie sie mit ihm gespielt haben. Da werden sehr oft Äpfel mit Birnen verglichen. Aber von dem einen Fakt, finde ich, kommt man bei Joshua Kimmich auch nicht weg. Es packt ihn immer wieder. Immer wieder packt es ihn. Es zieht ihn magisch in den Achterraum rein. Er will seine Chippbälle spielen, die ja auch toll sind, aber es packt ihn auch in Situationen, in denen es den anderen gerade auch schon gepackt hat. Und dann ist einfach der Raum hinter ihm unbewacht. Und du könntest das ja sogar auffangen. Du könntest sagen, hey, wir lassen Gündoand und Kimmich beide spielen und dann gibt es aber an die Dreierkette den klaren Auftrag, wenn einer von denen vorschiebt, dann füllt ihr den Raum auf, weil in der Regel stehen ja die Gegner nicht mit drei Leuten hoch, sondern in der Regel könntest du das sogar auffangen. Aber das machen sie wahrscheinlich nicht, weil die Kettenabstimmung eh schon gerade ein Problem ist. Aber das ist doch schon so bei Kimmich, dass er sich manchmal rausziehen lässt. So wie Gündoand ja übrigens auch. Du hast das ja auch gesagt. Also der hat jetzt die höhere Rolle gespielt gegen Österreich. Aber es gab auch gegen die Türkei auch Szenen, wo die beiden wollen eben immer wieder auch im Offensivspiel teilnehmen. Sollen sie ja auch, weil sie sind oft das Plus Eins, das quasi den Gegner richtig unter Probleme setzt. Aber dann brauchst du eben halt auch einen, der damit zufrieden ist, 90 Minuten lang hinten zu warten. Oder ist das jetzt so Stammtisch-mäßig? Ich finde das nicht so problematisch. Also ich habe schon viele Szenen gesehen von Kimmich, wo er ins Gegenpressing rausrückt, wo er es hätte nicht machen sollen oder wo er da nicht rankommt, wo er dann ausgespielt wird. Was aber auch auf Masse irgendwann normal ist. Es passiert Kanté auch. Es gibt keine Spieler, die nie auch mal überspielt werden. Und ich glaube an Kimmich, weil er ausschließlich bei Bayern spielt, die alles gewinnen müssen und bei der deutschen Nationalmannschaft, von denen man das auch erwartet. Da ist halt immer so schnell mal so eine etwas unrealistische Erwartungshaltung, dass man sagt, du darfst nie ausgespielt werden, du darfst nie einen Zweikampf verlieren, was glaube ich nicht unbedingt realistisch ist. Aber, und ich finde auch im Ballbesitz auch nicht unbedingt, dass die beiden zu hoch spielen. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man so einen 3-2er-Aufbau hat, wo dann so einer ein bisschen nach vorne gehen kann und der andere bleibt ein bisschen hinten, dann kann das eigentlich Ja, wobei ich finde das Problem nicht im Aufbau. Also ich finde das Problem, wenn der Ball im Angriffstrittel ist und gerade wenn er auf dem Flügel ist, dann wollen die beiden helfen, was ja richtig ist, weil eine zweite Passoption noch zu haben, wäre da sehr gut. Ich finde, dann lassen die sich oft aus ihrer Position rausziehen, was offensiv völlig vertretbar und gut ist, was aber halt auch derzeit, wenn du so schlecht im Gegenpressing bist, wie sie aktuell sind und du gleichzeitig so viele Probleme einfach hast, mit dir rumträgst, ist es, glaube ich, manchmal unklug, weil du sogar einen Gegner, ich meine, wir sprechen jetzt über Österreich und die Türkei und du hast ja auch zu Recht vielleicht gesagt, die haben einen ganz anderen Druck auf den deutschen Aufbau gemacht, aber wir haben ja einige der Probleme, die wir jetzt in den Spielen gesehen haben, die haben wir ja, selbst wenn wir jetzt in der Nagelsmann-Ära bleiben, haben wir die gegen USA und Mexiko auch gesehen und die hatten auch immer damit zu tun, dass man weit aufgerückt ist und dass man dann hinter der Linie attackiert wird und dass dann das Nachrückverhalten nicht gut ist, auch aus dem Mittelfeld heraus. Das hat doch nichts mit dem Sechserraum zu tun. Also ich habe jetzt in den beiden Spielen keine großen Probleme im Gegenpressing und gegen Konter gesehen. Das waren doch, die Tore sind doch auch anders gefallen. Aber warum ist zum Beispiel der Raum beim 1-0 von Österreich so groß? Ist das nicht eigentlich, weil die Inverteidigung ein Angriffspressing spielen? Ja, und dann, ah, okay, gut, weil sie sich raus haben ziehen lassen. Das ist halt im Angriffspressing, wenn ein Angriffspressing überspielt wird, ist dahinter immer großer Raum. Ja. Also ich weiß nicht. Da kannst du halt sagen, du müsstest vielleicht mit einem weniger Angriffspressing spielen, das wird dann halt wieder komplizierter. Also es ist leichter, 4 gegen 4 zu pressen vorne als 3 gegen 4. Deswegen, wenn Klopp Nationaltrainer wären, dann würden wir wahrscheinlich immer 3 gegen 4 pressen und dann hätten wir hinten immer noch einen Spieler zusätzlich, der genau diese Räume zumachen kann. Und das wäre aber kompliziert, das bräuchte länger, um einstudiert zu werden. Und wir pressen jetzt halt gerade 4 gegen 4 oder 3 gegen 3 oder was auch immer notwendig ist. Also wir spielen 1-1 auf dem ganzen Feld im Angriffspressing und dann, das ist halt nicht top, aber es ist sehr einfach und normalerweise relativ funktional und hat auch eigentlich meistens, also ich glaube, aus dem Pressing haben wir gar nicht so viel Gefahr zugelassen. Ich glaube, das war eine Ehesituation, wo die Mannschaft dann zwangsweise ein bisschen tiefer stand. Also das eine Österreich-Tor war jetzt aus dem Angriffspressing, ja, aber in den anderen drei Spielen, glaube ich, kann ich mich jetzt nicht an nichts erinnern, was jetzt aus dem direkt aus dem Angriffspressing kam. Das 0-2 gegen Österreich, aber das war halt schon in Unterzeit, das ist so ein bisschen schwierig. Da spielt Alaba diesen megageilen Pass auf Gregoritsch, der auf Baumgart verlegt. Das war ja auch ein Mittelfeldpressing, da steht der Stürmer ja schon im Strafraum. Was wir in dieser ganzen Diskussion auch nicht vergessen dürfen, ist, dass in beiden Spielen ständig, oder gerade im Österreich-Spiel, ständig umgebaut wurde. das, was ich am Anfang angesprochen habe, diese Situation mit Nagelsmann, der da Trapp sagt, er soll angeblich laut österreichischen Medien... Auf jeden Fall war das so. Natürlich war das gefilmt. Das ist doch immer so, wirklich. Dass das ist, damit Nagelsmann Müller irgendwas sagen kann, was jetzt umgesetzt werden soll. In der 61. Minute kommen dann Wirz, Andrich und Kimmich auf den Platz, wo sich dann auch nochmal alles komplett ändert. Also wir haben sehr viele verschiedene Sachen. Ich kann das gerade gar nicht zählen, wie viel verschiedene, gerade nach dem Platz verweist. Hinten raus spielt auch noch Dubs mit. Da funktioniert es dann plötzlich. Da kam dann, da war dann die beste Phase des deutschen Spiels, als sie nur noch zu zehnt waren, weil dann da irgendwie umgebaut wurde. Dann kam da aber ein Dreifachwechsel, wo dann wieder umgebaut wurde. Und natürlich gibt es dann, gibt es dann Unsicherheiten und Sachen, die im Spiel nicht funktionieren, wenn wir im Spiel schon dabei sind, was, wo ich eigentlich, wo ich gar nicht in der Position bin, das zu kritisieren, weil ich bin, ja, aber trotzdem ist das natürlich sehr viel, was da auf einmal passiert und sehr viele, ja, sehr viele verschiedene, sehr viele, sehr viele Positionswechsel innerhalb eines Spieles, die da vollzogen werden. Ziehe ich aber nicht das Problem an. Ja, also ich bin da, also ich kann das sehr gut verstehen, weil Julian Nagelsmann muss viel ausprobieren und er hatte jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten, Eindrücke zusammen. Aber ich habe auch das Gefühl, also wenn ein Team so viel mit sich herumträgt und das geht ja über die Zeit von Nagelsmann mit hinaus und offenbar ja eins der Probleme ist, das hat Julian Nagelsmann mehrfach angesprochen, dass der Zusammenhalt neben dem Platz ganz toll wäre und auf dem Platz aber überhaupt nicht mehr zu sehen ist, dann hätte ich auch gesagt, weniger wäre dann mehr, weil es verletzlicher ist für die Spieler und weil sie dann überhaupt die Möglichkeit haben, in einer Wettkampf-Simulation, wir haben ja schon gesagt, es ist kein Wettbewerb in dem Sinne, dann quasi gemeinsam aus Fehlern auch zu lernen und so ist es aber doch, gefühlt ist es doch für einen deutschen Nationalspieler gerade so, es läuft schlecht, du hattest auch zwei, drei Aktionen, die nicht gut waren, hast aber auch ein paar Sachen gut gemacht und im nächsten Spiel spielt in der Regel jemand anders, außer du bist Antonio Rüdiger, der spielt gerade durch, oder Tavu, bei der ja auch hin und her geschoben wird zwischen Zentrum und Außen und der ist ja im Zentrum ganz, ganz anders, finde ich, als rechter Innenverteidiger, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Also ich hätte gesagt, bei allem Verständnis, Martin, für die Situation eines Trainers, der auch ausprobieren muss und Eindrücke sammeln will, aber ich finde auch, jetzt muss irgendwann der Switch kommen, dass jetzt gesagt wird, okay, es gibt zumindest eine klare 14 an Spielern, die spielt und wechse eher dann situationsbezogen. Ja, das hat Nagelsmann vor dem Spiel exakt mit dieser Zahl übrigens auch gesagt, der hat gesagt, Jede erfolgreiche Mannschaft hat einen Stamm von 14 bis 15 Spielern, wo dann auch ein bisschen gewechselt werden können und er meinte auch, wir haben jetzt nicht sechsmal gewechselt, sondern dreimal und aber nicht 18, sagt er, also der will schon auch seinen Stamm aus 14, 15 Spielern und dass die sich dann ein bisschen einspielen. Mehr habe ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass ich das zwischen, also es wäre schön, wenn man das findet, dass man sagt, wir haben so ungefähr eine erste Elf mit 1, 2 wechseln vielleicht oder so, dass sich das ein bisschen einspielt und dass nicht jede Position immer gewechselt wird. Ja, ich finde aber, die Änderung im Spiel fand ich jetzt erstens nicht viel und zwar, also wir hatten eine große Änderung, die durch eine rote Karte hervorgehoben wurde, da kannst du nichts machen als Trainer und dass du dann in dem Moment nochmal frische Beine reinbringen willst, wenn du zu 10 spielst und dessen entsprechend die Spieler ein bisschen umordnen musst. Es war ja auch keine taktische, oder ich habe es gar nicht im Kopf, ich glaube, es gab keine große taktische Umstellung damit, sondern es ging primär darum, irgendwie anzuweisen, wer jetzt auf welche Position geht, was jetzt bei einem, also kannst du ja nicht ohne Wechsel durchspielen, einfach 90 Minuten in einem Freundschaftsspiel, wenn da noch Bundesliga ansteht und du 20 Leute in den Kader berufst und so, das wäre auch Quatsch zu 10. Ich glaube, das ist schon alles relativ normal und das ist jetzt, das ist ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht einfach alles kritisiert, nur weil es gerade schlecht läuft und dann ist irgendwie alles schlecht. Wenn man das jetzt noch gewonnen hätte, dann hätte man gesagt, oh, der Langsman, der hat das da noch umgestellt, das hat geklappt, Wahnsinn. Ja gut, aber die waren ja weit davon entfernt, das zu gewinnen. Also was ist das jetzt für eine Diskussion? Also klar, wenn die hier noch in Führung gehen in der ersten Halbzeit, dann ist es auch alles toll mit dem Angriffstressing, aber haben sie ja nicht, sie haben ja schlecht gespielt. Also ich verstehe, dass du, ich finde das auch richtig, deswegen finde ich das ja auch gut, dass du hier immer wieder die Trainerperspektive reinbringst, die eben dann doch eine leicht andere ist, als Caro und ich sie zum Beispiel haben, aber man muss, man kommt an dem Fakt nicht vorbei, dass Deutschland ein ganz katastrophales Länderspieljahr hinter sich hat, da hat jetzt Julian Nagelsmann keine Schuld dran, aber viele der Spieler, die da auf dem Platz stehen, haben da Schuld dran und die tragen das mit sich rum, du siehst es ja. Und das bringt mich aber dann eigentlich zu dem letzten Kapitel quasi dieser Sendung, wo ich gerne hinkommen wollte, nämlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Also Julian Nagelsmann, er hat einen vierminütigen Monolog gehalten in der Pressekonferenz, den spiele ich jetzt nicht, an dem werde ich euch zusammenfassen. Und zwar ging es da darum, was hat er in der Kabine den Spielern gesagt, war schon mal interessant, das war die Frage der Pressesprecherin Franziska Wüller, also offenbar reden wir jetzt drüber, was in der Kabine passiert, ist ja schön zu wissen und er hat gesagt, drei Botschaften habe er dem Team mitgegeben. Die erste Botschaft wäre gewesen, er hätte selten oder noch nie ein Team erlebt, was neben dem Platz einen so guten, interessierten Zusammenhalt gehabt hätte, so viel auch über Fußball reden würde, aber er würde ihm feststellen, auf dem Platz sind es zu oft Einzelkämpfer und das würde eben, die Geschlossenheit würde nicht transferiert werden aufs Spielfeld. Dann hat er ihnen gesagt, man soll die Stärken annehmen und die Stärken ist eben das Offensivspiel, die Stärken sind nicht das Verteidigen, das Verteidigen ist eher eine Schwäche, das hat er mehr oder weniger, wenig verklausuliert sogar gesagt, also auf die Stärken konzentrieren und das ist Offensivspiel und da muss man sich aber auch voll drauf kommitten, wie man heutzutage sagt. Und als drittes, das haben wir vorhin schon in dem O-Ton am Ende gehört, er hat das auf sich bezogen, er hat das aber zum ganzen Team auch gesagt, die Opferrolle soll abgelegt werden, also sich nicht als Opfer der Umstände hinstellen, der schlechten Verfassung, der schlechten Vergangenheit des Teams, sondern das, das von sich nehmen. Also ich würde sagen, dann eher so ein mentaler Aspekt. Das waren die drei Dinge, die er dem Team mitgegeben hat und er hat später auch noch ein bisschen Einblick gegeben in seine Denkweise, in seine aktuelle Herangehensweise und das würde ich jetzt gerne einspielen, das sind nochmal zwei Minuten, Julian Nagesmann. Ich finde es aber interessant, weil es tangiert manche Themen, die wir jetzt schon besprochen haben und ich glaube, es gibt so einen ganz guten Impuls für die Frage, naja, wie geht es jetzt dann weiter, jetzt erstmal von November bis März, riesig lange Phase, in der jetzt erstmal wenig passiert und dann sind es ja aber nur noch ein paar Spiele und wir haben eine EM im eigenen Land. Also hören wir mal, was Julian Nagesmann da gesagt hat. Grundsätzlich ist die Denkweise eines Trainers nicht vorne, ich habe eine Idee und die knalle ich auf eine Mannschaft, sondern wer schaut es natürlich an, was hat man für Spieler. Haben wir jetzt in Deutschland sieben zentrale Stürmer, haben wir sieben Linksverteidiger, haben wir sieben Rechtsverteidiger, können einfach nur auswählen oder haben wir vielleicht fünf Sechser, haben fünf Zehner, haben eineinhalb zentrale Stürmer, haben eigentlich nur einen richtigen, weiß ich gar nicht, einen halben Linksverteidiger, so einen richtigen Linksverteidiger, David spielt es sehr offensiv in Leipzig, Robin Gosens hat es bei Inter und auch bei Union unfassbar offensiv gespielt. Es sind beides keine Linksverteidiger, Benny Hensens spielt Rechtsverteidiger bei Leipzig, ist ein gelernter Sechser aus Leverkusen, früher ist dann irgendwann Außenverteidiger geworden, aber spielt es rechts hinten, nicht links, ist Rechtsfuß. Also man versucht natürlich zu schauen, was haben wir für Spieler und dementsprechend die besten Spieler, die wir haben, auf die beste Position zu packen und dann schaut man, was gibt es noch für Lösungen drumherum, die uns besser machen. Und wir haben uns für einen Weg entschieden, auch natürlich in der Kommunikation mit der Mannschaft, im Rückblick, was war, was tat ihn gut und das war jetzt in allen Spielen, mit Ausnahme des hohen Zustellens, weil wir das oft dem Mann gegen Mann gemacht haben und dem natürlich auch den Gegner anpassen, sonst wird es kein Mann gegen Mann, haben wir immer dasselbe gespielt, gegen USA das gleiche gespielt, gegen Mexiko das gleiche gespielt, gegen die Türkei das gleiche gespielt und auch heute, nur halt jeweils mit zwei oder drei Wechseln in der Startelf. Und jetzt kann man nicht sagen, ich schmeiße im März wieder alles um, wir machen eine ganz andere Idee, man passt mich nur auf den Gegner an, was ich zu meinen Hoffen an der Zeit gemacht habe, oder wir sagen, okay, wir gehen den Weg weiter und versuchen eher den Weg einer Spitzenmannschaft zu gehen, die Gedanken machen wir bis März und dann schau mal, was wir machen. Spitzenmannschaft oder Hoffenheim? Das ist die Frage, Martin. Was sind deine Gedanken dazu? Mal Sühle fragen, was er dazu sagt. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich hätte ungefähr die gleichen Gedanken an seiner Stelle. so. Ich glaube, was glaube ich denn? Ich weiß nicht, wir müssen länger drüber nachdenken, aber was war jetzt der, was war jetzt der große, was war jetzt der große, die Frage macht man, passt man einen Gegner an oder versucht man eine eigene Stärke zu entwickeln? Ja, also das ging ja vor allem gegen den Ball. Aber er hat ja im Grunde gesagt, das was wir hier ja auch beobachtet haben, eigentlich ist man sich in der Spielausrichtung formationsmäßig auch relativ ähnlich geblieben, treu geblieben jetzt in den vier Spielen, die wir gesehen haben, mit wechselndem Erfolg. Es gab kleinere Anpassungen und es gab natürlich ein paar Starterveränderungen, haben wir alles thematisiert. Und jetzt ist aber die Frage, wir erkennen jetzt, wir kommen aus vier Spielen raus und davon waren vor allem die letzten beiden ziemlich schlecht. Gegen die Türkei gute 20 Minuten, dann ging es dahin, gegen Österreich, muss man glaube ich so sagen, das war ein Desaster. Das war einfach ein richtig, richtig schwaches Spiel, nicht nur in Unterzahl, sondern auch in Gleichzahl. Und jetzt stellt sich dann die Frage, bleibt man diesem Weg treu, den man sich ja überlegt hat, auch gemeinsam mit dem Team oder muss doch nochmal eine große Anpassung her. Und das müsste dann, glaube ich, mit dem Zusammenhängen, was er am Anfang gesagt hat, die Denkweise eines Trainers ist, die besten Spieler auf die für sie besten Positionen packen. Letztlich hat er dann auch nochmal gesagt, wir haben halt keinen Linksverteidiger, was soll ich machen? Wir haben keinen Rechtsverteidiger, ist halt schlecht. Und die, die wir haben, die spielen alle in Dreierketten, deswegen will ich halt auch eine Dreierkette spielen. Also er hat es ja eigentlich ganz gut alles begründet. Und ich finde aber, das ist tatsächlich der eigentliche Kern der Debatte, um den es sich jetzt drehen sollte. Das ist eine unheimlich schwierige Entscheidung. Tendenziell würde ich aber sagen, es muss einfacher werden. So wie es gerade ist, die Spieler denken sowieso schon sehr viel nach, bei allem, was sie tun auf dem Feld. Und ich habe das Gefühl, aktuell denken sie noch mehr nach. Und dann würde ich mich vielleicht daran orientieren, was spielen die Spieler in ihren Vereinen, mehrheitlich, also spielen ja nicht alles dasselbe, ist ja klar, und mich vielleicht daran orientieren. Das wäre so mein Gefühl. Und das haben sie glaube ich schon gemacht, weil sie spielen ja jetzt wie Bayern und City. 3-2-4-1 als Grundüberlegung. Das ist ja, er hat auch mit den Spielern geredet. Ich glaube, das ist halt auch so, dass wir Gündogan gesagt haben, wir haben bei City immer mehr oder weniger erstmal 3-2 aufbauen und dann mal gucken so und breiter. Und bei Bayern ist es auch so. Und deswegen, ich glaube, das ist schon der Versuch, das simpel zu halten. Ich glaube nicht, dass es so kompliziert ist. Ich glaube, das ist schon die Idee, dass wir jetzt nie einen 3-1-Aufbau gesehen haben, dass wir von der Türkei 3 gegen 3 angelaufen werden und da eben was, das habe ich ja vorhin kritisiert, dass man das nicht gewechselt hat. Also wo ich gesagt hätte, als Trainer, okay, die laufen unsere Dreierkette mit drei Stürmern an, dann müssen wir irgendwie eine Kleinigkeit AV zurückziehen oder ein bisschen Vierer-Aufbau-Zwei-Aufbau-Zwei-Drei irgendwie so, wurde ja nicht gemacht. Und deshalb glaube ich, das ist schon der einfache Weg. Das einfache, also einfacher wäre nur noch, dass man sagt, wir spielen komplett auf Defensive. Wir versuchen eben nicht, unsere offensiven Stärken reinzubringen. Wir sagen, wir haben vielleicht so viele offensiven Stärken, wir müssen uns da gar nicht darauf fokussieren. Wir fokussieren uns nur darauf, dass wir kompakt sind, dass wir gut verschieben, dass wir gutes Zweikampfverhalten haben, dass wir gutes Umschaltverhalten haben und Ballbesitz machen wir irgendwie. Das wäre noch ein Approach. Das habe ich auch in einen Spiegelartikel geschrieben, bevor Nagelsmann angefangen hat und ich habe gesagt, die zwei Sachen, die er machen kann, sind halt einfach verkraften, dass es keine stabile Mannschaft ist und die offensiven Stärken so gut wie möglich, so effektiv wie möglich in die Waagschale werfen oder ganz anders und sagen, wir fokussieren uns nur darauf, das zu stabilisieren, was schwer genug ist mit so einer Mannschaft und da er das sowas noch nie gemacht hat, da er noch nie einfach eine Mannschaft defensiv trainiert hat und ja, war nicht zu erwarten, dass er das macht und das wird er auch weiterhin, wird er weiterhin nicht machen und es gibt auch niemanden, der seriös sagen kann, dass das besser wäre. So, also, vielleicht wäre es besser, das müsste man ausprobieren, aber das ist ja das ganz Schwere am Trainer sein. Du kannst ja immer, als Zuschauer kannst du einfach immer eine Hypothese aufstellen und sagen, ja, das wäre besser, weil es in deinem Kopf besser funktioniert. So, als Trainer muss man es testen und als Trainer hat man immer schon mal die Erfahrung gemacht, dass im Kopf was gut funktioniert hat und da hat man es getestet, hat festgestellt, oh, das war gar nicht so gut, wie ich dachte und man hat immer nur eine Chance, man kann nie das Umgekehrte testen. Wir können jetzt nicht die letzten, es wäre einfach zu entscheiden, wenn wir die letzten vier Spiele nochmal wiederholen könnten und sagen, aber dieses Mal spielen wir komplett auf Defensive fokussiert. So, dann wäre es einfach zu testen, aber das geht halt nicht, deswegen wird es, glaube ich, darum gehen, die Stärken weiter zu fördern und ich glaube, was noch ein entscheidendes, also zwei entscheidende Elemente, das eine hatte ich ja schon gesagt mit dem Torwart, dass du halt mit, das glaube ich, man kann vielleicht auch einfach mal festhalten, dass vielleicht Kevin Trapp einfach nicht der richtige Torwart für diese Mannschaft ist, so, sondern ich glaube, du brauchst eigentlich zwangsweise einen, der spielerisch sehr gut ist und dann, und dann muss die Mannschaft noch ein bisschen ruhiger werden. So, was man jetzt gemerkt hat, ist, dass er sich immer von dem Tempo des Spiels, Türkei, Mexiko, Österreich, alles sehr vertikale Mannschaften, alles, alles Mannschaften, die sehr schnelle, offene Spiele fördern, lange Bälle, schnelle Verlagerung, hohes Pressing, schnelles Umschalten, alles, alles sehr, sehr schnell spielende Mannschaften und wenn du eine, eine technisch ausgelegte Mannschaft bist, willst du so einer Mannschaft ein bisschen den, den, den Saft abdrehen und den, indem du sie laufen lässt, indem du sie zurückspielst, verlagerst und so weiter und dieses geduldige Verlagerungsspiel ist immer so ein bisschen nichts typisch deutsches. Der Deutsche sagt jetzt aktuell, wir haben das Positionsspiel und wir wollen das dafür nutzen, so schnell wie möglich und so viele wie möglich Chancen zu generieren und dadurch wird das Spiel aber weiterhin schnell und unkontrolliert und deine defensiven Schwächen treten noch mehr zu Tage und du hast nicht diesen Effekt, den Guardiola hat, dass, dass man gar nicht so richtig sieht, dass manche von denen gar nicht gut verteidigen können, weil die fast nie verteidigen müssen, so, weil die einfach so viel den Ball haben. Ich weiß nicht, wie der, wie der Ballbesitz war gegen Österreich in der ersten Halbzeit, wahrscheinlich irgendwas 50 Prozent oder so. 61 Prozent Ballbesitz in der ersten Hälfte. Wie viel? 61? Ja. Und eigentlich brauchst du 70, so. Also wenn du dann in dem Moment nochmal das Tempo rausnimmst, nochmal ein bisschen verlagerst, vor allem in der ersten Halbzeit, wenn der Gegner noch ganz frisch ist und ein bisschen mehr Geduld hast, das ist auch so, ich glaube ein riesiges Thema ist, wenn eine Mannschaft verunsichert ist und Ballbesitzfußball spielt, dann neigt sie immer dazu, zu hektisch zu sein und wenn der Gegner sagt, ja wir warten ab und spielen auf Konter, spielt man dem immer in die Karten. Und deswegen glaube ich, was eine wichtige Wechselwirkung sein könnte, ist, dass man einfach noch geduldiger spielt, das hat man gegen die USA im Ansatz gesehen, da war Pascal Groß so ein wichtiger Spieler, der Ruhe reingebracht hat, der Klarheit reingebracht hat und dann und deswegen konnte man da besser in diese Spielweise reinkommen und in den letzten Spielen ist man nicht in diese Spielweise reingekommen, nicht nur wegen Torwart und weil der Gegner es nicht zugelassen hat, sondern auch, weil in den Momenten, wo man es hätte machen können, man dann einfach direkt in den Angriff gegangen ist. Immer Ball auf Sene, der dribbelt direkt an, direkt tiefer Ball auf Brand und der ist in die letzte Linie. Direkt wird es und der geht direkt in die Kombination. Du spielst nie zurück und verlagerst so. Und vielleicht ist das der eine Schritt, der noch gegangen werden muss, dass man sagt, ersten 30 Minuten wollen wir möglichst häufig die Seite wechseln und Gegner laufen lassen. Ja, Nagelsmann hat gesagt, der beste Spieler, die besten Spieler auf die für sie bestmöglichen Positionen, da habe ich die Lösung, wenn Philipp Lahm endlich von der 6 auf den Rechtsverteidiger gestellt wird, dann wird alles anders. Nee, Spaß beiseite. Ich begebe mich jetzt so ein bisschen auf das Territorium, wo wir im Rasenfunk ungern sind. Das, was ich schon angesprochen habe mit diesem Unwohlsein, irgendwas stimmt da nicht so, das ist, ich will hier nicht rumspekulieren, aber da Martin das fußballerisch so schön aufgefangen hat, da begebe ich mich jetzt in dieses unwohle Territorium, weil es ist ein Faktor. Also daher kommt auch immer dieser verzweifelte Ruf nach Euphorie in Fachen, jedes Mal wieder vom DFB. Niemand lässt sich irgendwas vom DFB sagen, dass er jetzt euphorisch sein muss. Die Spieler müssen Bock haben, auf dem Platz zu stehen. Es klingt so blöd und so abgedroschen, aber natürlich ist es irgendwie ein Spiel und da dürfen die Spieler nicht dran verzweifeln, sondern sie müssen Freude daran haben und so floskelhaft das jetzt klingt, hängt das natürlich auch damit zusammen, dass sie in einer Art und Weise spielen, in der sie sich einfach wohlfühlen, die ihnen vertraut ist. Und jetzt sind auch Leute wie Gündogan als Kapitän gefragt. Da zeigt sich jetzt, ist das der richtige Kapitän? Eigentlich bräuchte wahrscheinlich die Nationalelf jemanden wie Niklas Vöhlkrug mit einem besseren Standing, also vom Charakter her. Aber vielleicht ist Gündogan auch der richtige Kapitän. Man hört immer, das ist ein super Typ. und auch so Leute wie Mannschaftspsychologen, ich habe keine Ahnung, aber da ist viel auch im Umfeld, wo man jetzt vielleicht irgendwie schrauben kann, wo geguckt wird, vielleicht wäre auch mal eine Lösung, dass Rudi Völler nicht ständig die eigene Mannschaft kritisiert. Ich weiß es nicht. Ja gut, wobei andererseits, das war so ein Gedanke, den ich hatte, aber gleichzeitig durchzuckt es mich dabei auch schmerzhaft. Es gab ja dieses eine Spiel in diesem Jahr, in dem man das Gefühl hatte, Mensch, die haben alle Bock und es funktioniert auch was. Und das war im 4-2-3-1 ein Spiel gegen Frankreich, ein Frankreich, das aber vielleicht dieses Spiel auch nicht so ernst genommen hat, deswegen, und das war eben unter Rudi Völler. Also das sind die beiden Schmerzen, die ich dabei habe. Rudi Völler, der jetzt gerade, ja, also er steht dem Team in nichts nach, in der schlechten Außendarstellung des DFB. Aber dieses eine Spiel gab es ja und da war es eben ein 4-2-3-1 mit Jonathan Tarr als Rechtsverteidiger gegen Miani und gegen Theo Hernandez. Und ja, da kann man jetzt viele Abers finden. Ich habe es ja selber auch schon gesagt, aber dieses eine Spiel gab es, aber es war halt nur ein Spiel. Und die Frage ist, kann das ein Ansatz sein, zu versuchen, dahin zurückzugehen, zu Frankreich? Ja, das fängt ja das auf, was ich gesagt habe. Das sind die beiden Ansätze, die du machen kannst. Aber da haben sie ja nicht nur defensiv gespielt. Entschuldigung, aber da haben sie doch ein hohes Angriffspressing gespielt, oder? Muss ich nochmal meine Notiz machen. Ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Ich verlasse mich jetzt nur auf deine Aussage dazu. Nee, nee, da waren sie, da waren sie eben. Da hatten sie viele hohe Ballgewinne, vor allem in der Anfangsphase. Da hat dann auch, da hat Frankreich meiner Meinung nach die Lust verloren, weil sie gesagt haben, oh Gott, es wird ja richtig stressig hier. Aber, also da haben sie, das haben das quasi sehr offensiv gespielt, das 4-2-3-1. Ja, gut. Ja gut, dann aufs Pressing fokussiert kann ja auch so funktionieren. Aber, ja, Frankreich hat ja auch schon länger Probleme mit, also die sind ja, von der mannschaftlichen Ausrichtung her sind die, werden ja von 8, von 10 Teams auch dominiert, die wuppen es halt irgendwie dann mit ein bisschen Verteidigung, also 1-1. Sag mit einem Nebensatz Frankreich einfach. Individuelle Defensivstärke und individuelle Offensivstärke und dann mal gucken. Ja, die können nichts, das sehe ich auch so. Frankreich. Ich meine, wie viele WM-Spieler haben die gemacht, wo die, wo die, wo die aussahen wie die bessere Mannschaft? Keine Ahnung, das weiß ich nicht, da habe ich jetzt wieder nichts gesehen. Ich glaube 1. Da sprechen jetzt die beiden Blinden miteinander. Ähm, na ja, ja, es ist schwer zu sagen, gerade an Einzelspielen sich aufzuhängen, ist immer ein bisschen schwierig, aber. Aber ich finde schon das, was Caro gesagt hat, ich finde, das ist ein sehr valider Punkt, weil du siehst, die Spieler fühlen sich nicht wohl und da, und das ist ja schön. Ich habe das nicht gesehen. Ihr seht das. Ich habe das nicht gesehen. Vielleicht bin ich dumm. Aber, also ich habe das bei Sané gesehen. Ich habe das bei Sané gesehen, aber sonst? Nee, also diese Pässe von Antonio Rüdiger zum Beispiel, jemand im Forum, im Rasenfunk hat sie Yolo-Pässe genannt. Also schon nach zwei Minuten spielt er einfach im Aufbau einen katastrophalen Pass. Und ich meine, der spielt bei Real Madrid Stamm. Du siehst quasi mit Alaba die andere Variante von ihm auf der anderen Seite des Feldes. Also das ist doch nicht der Antonio Rüdiger. Und ich weiß, dass der auch bei Real manchmal Fehler macht und so weiter und so fort. Aber ich finde schon, an so einem Spieler kannst du es ablesen. Ich finde, ein Mats Hummels hat nicht. Aber so, Moment, Moment, Moment. Antonio Rüdiger, das ist ein gutes, du machst es an diesen, an diesen Fehlpässen fest. Die sahen komisch aus, die sind mir auch aufgefallen. Ich habe zwei davon im Kopf auf zwei Spiele. Ich habe schon viele gute Mannschaften gesehen, bei denen es super lief, wo auch immer wieder in regelmäßigen Abständen einzelne Fehler dabei sind, wo man sagt, was zum Teufel war das denn? So, aber wenn es schlecht läuft, verbucht man das immer automatisch als, ja klar, das ist ein Hinweis auf Erklärungsansatz X, den ich mir schon zurechtgelegt habe. Und wenn es gut läuft, ist es so, na gut, das war halt ein Ausrutscher, geht weiter. Was natürlich auch, glaube ich, aus Spielersicht so ist, also das wahrscheinlich Rüdiger in der aktuellen Situation, wenn ihm so ein Fehler unterläuft, macht er danach ein schlechteres Spiel, als wenn die Situation insgesamt gut wäre. Da schüttelt man so einen Fehler leichter ab. Also ich glaube, das ist schon psychologisch auf jeden Fall eine schwierige Situation und eine Komponente, die man betrachten muss. Aber ich glaube, das zeigt sich eigentlich im Spiel der Mannschaft, nicht so viel, mit paar Ausnahmen. Also, ja, also ich verstehe deinen Punkt, aber das wäre meiner Meinung nach eine schlechte Nachricht für das deutsche Team, wenn man nicht auch wegen irgendwelcher mentaler oder sonstiger Probleme so eine erste Hälfte gespielt hat, wie die gegen Österreich. Weil das kann ja nicht, also das hat ja auch Nagelsmann so gesagt, es war nicht der Plan, so wie man gespielt hat und es war eine ganz, ganz, ganz fürchterliche erste Hälfte. 61 Prozent Ballbesitz, drei zu sechs Schüsse, einen Schuss nur aufs Tor. Österreich hat auch nicht viel gemacht, aber Österreich hatte die großen Chancen. Zweimal hinter die Kette gekommen oder einmal quasi in die Kette, Ablage, das war dann das 1 zu 0, dann noch zweimal hinter die Kette gekommen, einmal Gregoritsch schießt vorbei und dann nochmal eine zweite Chance, müsste ich gerade nachgucken, wer die noch hatte. Das war, finde ich, die schlechteste Hälfte in diesem Jahr. Das war ja mein Einstieg in die Debatte heute, dass ich gesagt habe, das ist so eine Halbzeit, die erwarte ich bei der Mannschaft einfach zu. Das ist die schlechte Nachricht für die Mannschaft. Aber was ist dann die Antwort auf die Frage, einfach nicht stabil. Aber was ist dann die Antwort auf die Frage, die wir im Intro aufgeworfen haben und damit schließt sich jetzt diese Sendung. Ilka Gündogan sagt im Intro, der Trainer kennt die Gründe, warum es bei uns manchmal nicht läuft. Was sind denn dann die Gründe, wenn nicht solche mentalen Aspekte, die gerade Caro angesprochen hat? dass wir eventuell keinen, vielleicht einen oder zwei Spieler haben, die defensiv Weltklasse sind. Vielleicht Antonio Rüdiger. That's it. So. Da haben wir es doch beantwortet. Dann behält auch Leroy Sané seine Fäuste bei sich. What a time to be alive, oder? Was wir seit 50 Jahren hat man, glaube ich, nicht mehr so über die Nationalmannschaft diskutiert. Weiß ich gar nicht, weil, also ich habe viel Recherche gemacht bei F Leben zu den frühen Tausendern und … Oh Gott, das stimmt. Und jetzt gerade hat Didi Hamann im Nachholspiel-Podcast nochmal bestätigt, also es war schon vorher auch bestätigt, aber die haben ja wirklich damals vor der EM 2000 versucht, Ribbeck rauszubekommen. Nee, war das 2000? Doch, glaube ich schon. Genau, Ribbeck rauszubekommen. Zwei Wochen vor Turnierstart sind mehrere Spieler, inklusive Didi Hamann, sind zu Lothar Matthäus aufs Zimmer gegangen und haben zu ihm gesagt, hier Lothar mit dem Erich, das funktioniert nicht. Klammer auf, die Spieler haben vorher unter sich beschlossen mit dem Lothar, das funktioniert auch nicht mit dem 38-Jährigen als Libero irgendwie hinten drin. Und dann haben sie gesagt, wir könnten das doch so machen, Ribbeck muss gehen und du wirst unser Trainer. und Lothar Matthäus hat gesagt, ja klar, aber dann müssen wir vorher den Franz anrufen, weil ohne den Franz geht nichts im deutschen Fußball und dann haben sie auf Lautsprecher Franz Beckmauer angerufen und haben gesagt, hier, schau mal, also das geht so nicht und wir würden das gerne so machen und Franz Beckmauer hat gesagt, ja seid ihr wahnsinnig, zwei Wochen vor dem Turnier, gar nichts gibt es und dann sind sie ganz schnell aus dem Zimmer raus, keiner wollte mehr damit zu tun haben, aber das war der Zustand damals, also dass man zwei Wochen vor dem Turnier irgendwie den ehemals verdienten Spieler, aber damals schon relativ alten Spieler zum Spielertrainer machen wollte oder zum Trainer, um zu verhindern, dass man mit dem anderen Trainer ins Turnier gehen muss, deswegen. Also ist die Lösung, Nagelsmann wieder raus, Müller macht's. Ja gut, ich meine, dann kann er sein Pressing von außen organisieren, dann sieht es auch nicht ganz so albern aus, wenn keiner mitmacht, also. Die Lösung ist, den absolut glänzenden U21-Spieler aktuell einfach in die Nationalmannschaft, in die Senioren zu heben und einfach Nick Woltemade, der muss, der muss. Auch panisch überlegt, wie meinst du, geht's jetzt um Adi Jemi, hat er nicht neulich irgendjemand was gesagt? Ja, mal gucken. Also, du hast doch schon, du hast doch schon Marvin Dux in der Nationalelf bekommen, jetzt werd nicht gierig, Caro. Ich dachte wirklich, ich sitze hier eine Stunde und streue so in einer interessanten Sendung über, wie, darüber, wie sich der Nagelsmann-Fußball weiterentwickelt hat in der Nationalmannschaft so ein, zwei Witze über Marvin Dux ein und dann sitzen wir hier anderthalb Stunden und ich denke nur anderthalb Mal an Marvin Dux, dass das passiert, wirklich. Ich dachte, bevor, vor den Nationalspielen, ich habe nur an Marvin Dux gedacht, an nichts anderes. Ich dachte, hoffentlich gibt es eine Kamera für Marvin Dux auf der, auf der, auf der Ersatzbank. Ich will mir nur Marvin Dux angucken. Als Marvin Dux und Niklas Vöhlkrug sich abgeklatscht haben beim Türkei-Spiel, da ist mir aber sowas von warm ums Herz geworden. Aber gut. Ja, und dann passieren so zwei Spiele, die eine, die schlechteste Halbzeit seit, seit, ja, vielleicht nicht nur dieses Jahr von einer deutschen Nationalmannschaft und wir haben so viel über das wir reden, dass der, dass die Marvin Dux Euphorie von vor einer Woche aber sowas von vergessen ist. Ich habe wirklich, es gibt WhatsApp-Nachrichten von mir, wo ich geschrieben habe, so Bock auf die Nationalmannschaft hatte ich seit Jahren nicht mehr, weil Marvin Dux nominiert wurde. Ja, aber dann wissen wir doch schon mal, wie bei dir die Euphorie entfacht werden kann. Stell einfach Werder-Spieler auf, also alle Hörerinnen und Hörer, Caro hat gerade ein grünes Hemd an und das ist kein Zufall, würde ich an der Stelle einfach mal behaupten. Ja, dann wissen wir doch, wie die Euphorie entfacht werden kann. Das müssen sie jetzt einfach mit jedem Verein machen. Und am Ende komme ich immer wieder zurück auf den Vorschlag aus dem Rasenfunk-Discord-Server. Da hat noch unter Hansi Flick jemand geschrieben, könnte man nicht einfach Frank Schmidt zum Trainer machen und komplett das Heidenheimer Team, weil das sind ja auch nur Deutsche oder fast nur Deutsche und dann spielen sie halt, dann hätten wir den Defensivansatz. Das wäre so mein Plan B noch fürs nächste Jahr. Mal gucken. Ich habe noch eine Abschlussthese. Wir hören uns dann die Sendung nochmal in acht Monaten oder so an, wenn Österreich Europameister geworden ist und David Alaba zum besten Spieler der Welt gewählt wird. Und dann heißt es, dass wir eigentlich eine Halbzeit lang ziemlich gut mitgehalten haben mit dem McLaren-Europameister. War auch eigentlich gar nicht so schlecht. Haben nur sechs Schüsse zugelassen. Krass. Ja, das kann sein. Aber das ist etwas... Marcel Sabitzer, Torschützenkönig. Übrigens ein Highlight, was noch erwähnt werden will, dass Lira Sané als der erste Mensch auf dem Planeten geschafft hat, dass er von Marco Arnautovic beruhigt werden musste. Das war wirklich... Das war... Ja. Das war nicht stark. Das war auch ein Moment für Werder-Fans. Da erinnern wir uns doch an eine Polizeikontrolle im Jahr 2013 mit Elia zusammen. Ja, wahrscheinlich... Wahrscheinlich hat er ihm gesagt, ich könnte dein Leben kaufen, aber ich will es gerade nicht. Und jetzt Affen die Kabine mit dir. Du Streuch. Also, ihr zwei, das hat große Freude gemacht. Wer hätte das gedacht nach diesen Spielen? Ich fand es auch sehr erkenntnisreich. Ich bin unheimlich gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer, auf eure Kommentare. Ich glaube, das könnte eine richtig interessante Diskussion werden. Unter mitmachen.rasenfunk.de gerne auch bei YouTube in den Kommentaren und ansonsten in den sozialen Netzwerken eurer Wahl. Wir sind überall vertreten und ich glaube, ich meine, wir haben ja Zeit bis März. Das heißt, wir haben jetzt viel Zeit für Debatten. Wir sind ja ein Debattenland, wie wir gelernt haben im Intro. Also, ich bin sehr gespannt auf die Kommentare von euch zu dieser Sendung und wenn ihr nicht genug bekommen habt von den Ausführungen von Martin Ralfeld, dann gibt es noch ein exklusives Angebot, hätte ich fast gesagt, aber wir sind ja fast werbefrei. Martin, wo kann man denn noch mehr von dir in taktischer Hinsicht lernen? Wir machen auf Spielverlagerungen.de die Spielverlagerungen Academy, wo wir über Fußball reden und wir haben gerade ein halbes Jahr lang ganz intensiv über Angriffsspiel geredet und das machen wir im Dezember nochmal, wer darauf Lust hat und es wird nochmal eine kondensierte Version dieses Dreifachseminars angeboten, also es richtet sich in erster Linie an Trainer, aber auch Interessierte und wir bieten es jetzt kondensiert nochmal an Interessierte und Journalisten und Experten und die, die es werden wollen, an. Also das könnte vielleicht für den einen oder anderen noch interessant sein. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Ich leide ja immer noch darunter, dass ich bei dem einen Termin, wo ich mich mal angemeldet hatte, dann spontan nicht konnte, weil ich irgendeine Rasenfunk-Sendung aufnehmen musste. Aber gut, so ist das halt. Aber vielleicht klappt es ja. Ja, das wäre schön. Also Martin, herzlichen Dank dir, dass du hier mit dabei warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und danke auch an Caro Kipper hat wie immer große Freude mit dir gemacht und ich hätte, ich wusste, dass Marvin Dux etwas in dir auslöst. Des ganzen Ausmaßes war ich mir nicht bewusst. Schön, dass wir das noch aufklären konnten. Schön, dass du hier mit dabei warst. Danke, dass ich dabei sein durfte und ich fand es eine sehr spannende und lehrreiche, unterhaltsame Sendung und ich hoffe, wir haben jetzt alle richtig Bock auf Nationalmannschaft. Also wir haben Euphorie einfach. In welche Richtung, das weiß ich nicht und bei wem, das weiß ich auch nicht. Ich hoffe nicht bei euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte unterstützt den Rasenfunk, rasenfunk.de slash supportersclub. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt, indem ihr diese Sendung zum Beispiel weiterschickt. Ihr könnt auch Clips daraus auf Social Media teilen. Das sind immer so Sachen, dafür finde ich dann nicht mehr die Zeit, weil ich so viele andere Sendungen mache. Alle Infos zum Rasenfunk gibt es auf rasenfunk.de. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder hier an dieser Stelle. macht's gut, bis bald. Ciao. Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Lernst ein bisschen Geschichte und dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie sich das damals im Parlament entwickelt hat.